Aber dann habe ich halt so geplant, dass man verschiedene Wege gehen kann, dass man zum Beispiel irgendwo ein Loch im Boden findet, wenn man da durchgeht. Hat auch super viel Spaß gemacht, so. Also diese Dungeons da zu erkunden und auch die Physik, die du da reingebaut hast, das finde ich auch so geil. Also dass du zum Beispiel diese... und wie die Menschen alle nur in Angst vor den Dämonen leben und dann gibt es halt einen Jungen, der sagt, das können wir uns noch nicht gefallen lassen. Und der sucht dann nach den alten Kampfsiegeln, die verloren gegangen sind, um halt wieder was gegen die Dämonen machen zu können. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Dein Nextion Podcast. Mein Name ist William und dies ist Aufnahme Nummer 5, Ausgabe Nummer 5, so rum. Und heute ist eine ganz besondere Folge und zwar haben wir unseren ersten Gast hier im Podcast. Mit dabei ist erstmal wie immer der gute Philipp. Hallo Philipp. Hi. Und zum Zweiten ist heute der Erik am Start und Erik ist ebenfalls Entwickler. Ich fühle mich hier langsam ein bisschen in der Unterzahl, weil ich Informatik nicht studiere, aber wir alle irgendwie an irgendwas entwickeln. Von daher glaube ich, kommen wir da auf einen gemeinsamen Nenner. Und Erik ist Virtual Reality Entwickler und hat das Spiel Ancient Dungeon VR entwickelt und das jetzt heute oder jetzt im Mai auf Steam rauskommt. Ist das so richtig, Erik? Erstmal hallo. Lustig, dass ich der erste Gast bin. Mai nicht. Hoffentlich Ende Juli. Hängt aber davon ab, wie gut ich vorankomme. Kann auch sein, dass ich das verschiebe nach hinten. Ich bin nicht gut mit Deadlines. Ich muss das immer ein paar Tage vorher wissen. Also ich habe das so angepeilt Ende Juli. Aber ob das dann so wird. Also mit 2020 so. Okay. Also Juli, ne? Okay, alles klar. Ja, hoffentlich. Dein Game, also Ancient Dungeon VR kann man ja trotzdem schon spielen. Du hast ja eine Beta veröffentlicht, die einfach jeder runterladen kann, der mal Bock drauf hat, das auszuprobieren. Genau, ja. Wie bist du? Das würde mich jetzt erstmal interessieren. Wir haben heute natürlich noch andere Themen. Gleich vorweg, wir reden dann auf jeden Fall noch über die Unreal Engine 5. Das wird heute auch noch Thema sein. Aber hauptsächlich wird es heute um das Projekt vom Erik gehen. Das fand ich erstmal super interessant. Und ja, also erzähl erstmal, wie bist du überhaupt so auf die Idee gekommen von Ancient Dungeon? Hast du einfach gesagt, ey, ich habe gerne so Flatgames gespielt, die genau in dem Bereich waren und habe dann gedacht, das wäre es doch mal in VR? Oder bist du so einfach dazu gekommen, weil es sich so ergeben hat? Erzähl mal. Ja, also eigentlich sogar wirklich genauso mit, ich habe Flitscreen Games gespielt und wollte in VR haben. So ist das eigentlich entstanden. Also mal gerade so, das Game ist halt ein Roguelike Dungeon Crawler und mit halt prozedural generierten Dungeons und Random Items und dem ganzen Spaß. Und das erinnert, denke ich mal, vom Gameplay ziemlich stark an Binding of Isaac. Ich denke, das ist eine der größten Inspirationen. Und ich hatte halt die Vive seit Anfang von, ja, seit Anfang 2016. Ich glaube, dann kamen die raus. Und da habe ich halt schon von Anfang an dann halt geguckt, ob es überhaupt so Roguelike Games gibt. Und ich habe jetzt persönlich, zumindest als ich angefangen habe, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, halt kein wirklich, nicht wirklich ein Spiel gefunden, was in die Richtung geht oder halt nicht stark genug in die Richtung geht. Und deswegen habe ich gedacht, ja, warum nicht? Setze ich mich mal selber ran. Ja, so gefühlt wirklich. Also keine Ahnung. Das, was mich halt auch ein bisschen gestört hat, hat sich halt jetzt auch ein bisschen verbessert. Aber am Anfang waren halt viele VR-Games wirklich Tech-Demos, sind jetzt immer noch ziemlich viele Games in Tech-Demos. Und man hat halt wenig Games, die man wirklich lange spielen kann, wo man jeden Tag mal sagt, ja, dann gehe ich heute nochmal rein und mache was. Weil, keine Ahnung, ich habe auch mal bei mir geguckt, ich habe einige VR-Games, aber ich habe wenige, wo ich wirklich viele Stunden Spielzeit drin habe. Also ich glaube, Beat Saber ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ja, ist der Klassiker, ne? Das Spiel kannst du immer spielen. Und sowas wäre halt cool, weil, zum Beispiel, Binding of Isaac jetzt als Beispiel, habe ich auch, glaube ich, 200-irgendwas-Stunden-Spielzeit drin. Ui, jo. Und wenn ich halt sowas in VR hinkriege, also das glaube ich natürlich nicht, weil dafür reicht einfach die Zeit nicht. Das kann man als alleine einfach auch nicht machen. Aber wenn man sowas in die Richtung macht, dass man so ein Game hat, was man immer wieder mal spielen kann, immer wieder Lust hat, wenn ein Update kommt, spielt man es nochmal. Das wäre halt so das Ziel. Und dann halt auch Roguelikes, weil das ist so gefühlt mein Lieblings-Games. Das war eigentlich so die Inspiration dahinter. Ja, krass. Also ich würde nicht sagen, das kriegt man alleine nicht hin. Ich meine, Minecraft ist auch nur von einem Mann. Ja gut, später auch nicht mehr. Ja, das stimmt natürlich. Ja, na klar. Aber so der Anfang, der steht jetzt erstmal auf jeden Fall. Also ich habe mir natürlich die Beta angeguckt und auch ein Video dazu gemacht. Auf dem YouTube-Kanal für all diejenigen, die es sehen wollen, ist in der Podcast-Beschreibung diejenigen, die den Podcast hier auf YouTube sehen, hören. Äh, glaube ich, haben das Video auch schon gesehen. Von daher, ich fand es erstmal super, weil du einfach ja, ja, jeder Dungeon, du hast es schon erwähnt, ist zufallsgeneriert. Und du erlebst ja im Prinzip nie zweimal dieselbe Sache in deinem Game. Und man hat immer irgendwie Bock zu sagen, okay, jetzt gucke ich da hin und versuche. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, jetzt mache ich das das nächste Mal so und so an der und der Stelle. Sondern du wirst ja einfach wieder zufallsgeneriert reingeschmissen und sagst dann, okay, jetzt brauche ich einfach wieder einen Improvisationsansatz, um das Level hier zu lösen. Gibt's denn aber, so habe ich das jetzt erstmal verstanden bei dir, man geht ja immer tiefer in dieses Verlies, sage ich jetzt halt mal rein. So eine, ja. Gibt's dann auch sozusagen einen Endboss, wenn du einfach sagst, okay, ich habe das Spiel jetzt hier geschafft oder geht das endlos weiter? Ähm, nee, also endlos nicht. Also ich denke am Ende, also ich bin noch gar nicht so weit in Gameplay-mäßig. Aber so der Plan ist, dass du am Ende wirklich einen Endboss hast oder mehrere Endbosse und dann ist halt dein Run, wie man das ja so sagt, eigentlich durch. Und dann kannst du halt wieder von vorne anfangen. Natürlich ist dann halt das Ziel, also damit es halt nicht einfach, geh runter bis ich einen Endboss und das war's. Und dann habe ich halt das so ein bisschen mehr geplant, dass du halt, wenn das Spiel dann mal mehr Content hat, dass du dann verschiedene Wege gehen kannst. Also ich meine, die Dungeons selbst sind ja immer prozedural generiert, aber der Ablauf ist zurzeit immer der gleiche. Es kommt zweimal hier der Überwachsene, dann zweimal dieser mit so Geistern und dann zweimal Feuer ist so der Plan jetzt. Aber dann habe ich halt so geplant, dass man verschiedene Wege gehen kann, dass man zum Beispiel irgendwo ein Loch im Boden findet, wenn man da durchgeht. Kommt man dann in einen anderen Dungeon rein, von einem anderen Theme zum Beispiel. Was ist alles geplant, ist zum Beispiel so pilzmäßig, so verwesen und sowas. Oder unter Wasser, also das ist auch noch so, ist alles noch viel zu früh, um zu sagen, ob das dann wirklich so passiert. Aber der Plan ist, dass du unterschiedliche Wege hast und halt da verschiedene Sachen machen musst. Ob du dann am Ende was aktivierst oder ob du einen bestimmten Boss killst, ist noch nicht so ganz geplant. Aber das Ziel ist halt, dass du eigentlich jeden Dungeon-Typ einmal mindestens erkunden musst. Und wenn du alle erkundet hast, kommst du zum richtigen Endboss vom Spiel und das ist dann eigentlich so der Gameplay-Loop, würde ich mal sagen. Ist alles gerade ein bisschen schwierig, das zu erklären, weil ich es noch nicht ganz wirklich ausgeplant habe. Aber so ist so die Idee. Okay, krass. Also ich finde es auf jeden Fall erstmal super faszinierend, dass du das komplett alleine jetzt anfängst oder angefangen hast jetzt zu entwickeln. Und das ist ja schon echt weit, das Ganze. Also wie lange hast du jetzt oder für welche Komponenten hast du am längsten gebraucht? Würdest du sagen, ja am längsten war erstmal irgendwie die grobe Planung von dem ganzen Ding, zu sagen, okay, wo fange ich an, wo soll es aufhören? Sagst du dann einfach, okay, das Level-Design war am schwierigsten, die Animationen waren am schwierigsten? Oder ich denke mal, du studierst ja Informatik auch, da hast du vom Coden ein bisschen mehr Ahnung als ich jetzt zum Beispiel. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, jetzt mit irgendwelchen Charakter-Design oder sowas, hast du dich noch gar nicht auseinandergesetzt oder hast du da auch schon Erfahrungen gehabt vorher? Okay, wo fange ich an? Also ich habe mit zwei Kumpeln schon vor dem Game zwei andere Spiele veröffentlicht und da habe ich auch die Artstyle und so alles gemacht und halt auch Logik und das ganze Zeug. Aber deswegen war so von den Artstyle her mäßig, hat das eigentlich, war das nicht so viel Aufwand, weil den Artstyle konnte ich eigentlich ganz gut. Was ziemlich lange gedauert hat, würde ich mal sagen, ist schwierig. Also das, es hat eigentlich alles ziemlich lange gedauert, dass es gut genug war, aber wirklich das, also der, also wo ich mal wirklich einen Monat dran gesessen habe, war der Dungeon-Generation-Algorithmus. Also der hat auch irgendwie drei oder vier Iterationen gehabt, also ich habe den immer wieder neu angefangen, weil er mir immer noch nicht gefallen hat und das hat dann auch wirklich ewig gedauert. Also das ist wirklich, glaube ich, über einen Monat an Entwicklungszeit reingeflossen. Vielleicht nicht an einer Stelle, aber so über das Projekt verteilt mindestens einen Monat, wenn nicht noch mehr. Und jetzt, was jetzt auch noch ziemlich viel Aufwand ist, ist der Modding-Support, weil das Stretch-Goal dafür erreicht wurde, muss ich jetzt auch mehr in Modding-Support reingehen und dann heißt, es heißt ja auch wieder irgendwelche Systeme überarbeiten. Das sind, glaube ich, so zwei Sachen, die wirklich lang gedauert haben. Und dann halt das Polishing, das dauert auch oft ziemlich lang. Also die Sachen, dass sie basic-mäßig funktionieren, geht manchmal sogar relativ schnell, aber dann, dass es halt auch sich gut anfühlt und passt, das dauert dann auch oft, ja, viel länger als eigentlich der Content selbst. Und Bugfixing, ja, also ich glaube, als die erste Beta rauskam, habe ich, glaube ich, auch zwei Wochen eigentlich nur damit verbracht, Bugfixes zu machen und für Leute, die irgendwie, die hatten da eine Rift und ich hatte damals noch keine Rift und dann habe ich da erstmal für die Rift Sachen optimiert, weil da die Hände falsch rotiert waren. Dann hat einer gemeint, ja, ich hätte gerne Smooth-Turning, habe ich das implementiert. Dann hat einer gemeint, ja, Snap-Turning wäre aber auch gut, habe ich Snap-Turning implementiert. Dann hat einer gemeint, ja, aber ich hätte gerne größeren Snap-Turning-Angle und ich würde gerne schneller Smooth-Turning. Und das sind so kleine Sachen, die sich extrem läppern, wenn man immer mehr davon hat und die dann alle auf allen Headsets funktionieren. Ich glaube, ja, Polishing, dass es überall funktioniert, ist, glaube ich, wirklich das, was am längsten gedauert hat. Das kann ich, glaube ich, so sagen, ja. Okay, krass. Also ich hatte mit Philipp, jetzt musst du mir kurz helfen, Philipp, ich weiß gar nicht, ob das in der letzten oder vorletzten Folge war, wo wir auch drüber geredet haben, dass wenn du einmal ein Projekt startest und dann das an deine Anwender gibst, es kommt auf einmal so viel Feedback zurück, dass du manchmal gar nicht weißt, okay, alles klar, erstens, wie soll ich das bearbeiten? Zweite Sache, dass die an Sachen denken, wo du nie hindenken würdest. War das bei dir auch so? Ja, also wirklich, was das Problem ist, ich weiß ja, wie das Spiel sich spielt, das heißt, ich probiere ja auch nicht andere Sachen aus oder mache Sachen absichtlich falsch. Also klar, ich probiere das, aber trotzdem, wie manche Leute dann versuchen, Sachen zu benutzen, man guckt sich die Videos an und denkt sich so, was, nein, das ist doch offensichtlich anders, aber die wissen das ja nicht. Und das ist dann, also was Leute für Bugs entdeckt haben, das ist wirklich verrückt, dann, also es ist echt praktisch, dass Leute das erkennen, aber es ist dann auch manchmal frustrierend, wenn du dann Sachen denkst, du hast hier gefixt und dann zehn Minuten später sagt dann einer, ja, geht immer noch nicht. Ja, aber was mich mal interessieren würde, ist so im Entwicklungsprozess, also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du dir noch einige Gedanken während dem Entwicklungsprozess machst, also dass du nicht von Anfang an ein komplett fertiges Konzept hattest. Ist es dir schon mal passiert, dass du irgendwie so frustriert warst, dass du einfach, keine Ahnung, ein ganzes Skript oder eine ganze Codestelle einfach weggeschmissen und komplett von vorne angefangen hast? Ich weiß es gar nicht, also das ist wirklich so eine Sache, ich bin sehr, also ich habe so ungefähr einen Plan oder so, ich reibe mir auch viel auf, was ich so plane, aber ich meine, das Projekt auch angefangen habe ich wirklich mit wenig Plan. Ich meine, ich weiß, was ich haben will, ja, ich will ein Roguelike-Game haben mit so prozeduralen Dungeons und so, aber also ich habe am Anfang wirklich, ich glaube, das erste halbe Jahr hat die Idee vom Spiel sich dreimal geändert, bis ich irgendwas hatte, wo ich dann gedacht habe, okay, das könnte weitergehen. Deswegen, ich glaube, das kostet dann auch ziemlich viel Zeit, weil ich dann oft halt gar nicht genau weiß, was ich dann machen will. Jetzt geht's, weil jetzt ist das Game so weit, dass man weiß, was gemacht wird, aber da am Anfang habe ich wirklich sehr viel Zeug einfach komplett gescrapt und neu gemacht. Das Letzte, was ich, glaube ich, wirklich irgendwann komplett weggeworfen habe, ist, ich hatte mal, also jetzt so Inverse Kinematics und so, habe ich versucht, komplett prozedurales Kampfsystem zu machen mit halt menschlichen Gegnern. Das hat ganz gut funktioniert, das hat auch bestimmt fast einen Monat gedauert, aber es hat am Ende halt nicht so gut funktioniert, wie ich wollte. Ich war irgendwann auch sehr frustriert dadurch und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das muss ich anders machen und habe dann wirklich sehr viel Arbeit weggeworfen, also sehr viel Code, sehr viel Zeug. Ein paar Sachen davon sind jetzt immer noch drin, aber ich glaube, ja, das ist wirklich einiges, was ich da weggeworfen habe. Also das passiert öfters, dass man dann Sachen neu macht, weil man wirft sie nicht unbedingt weg, man versucht sie irgendwie erst zu überarbeiten und dann merkt man, ja, okay, nee, macht mal lieber mal neu. Also ein paar Sachen bleiben immer, aber ja, vieles wird neu gemacht. Es gibt wenig Sachen, die wirklich beim ersten Mal funktionieren, ich glaube, ich habe wirklich sehr viele Sachen mehrmals iterativ überarbeitet. Bis sie dann so gut waren, wo ich gedacht habe, okay, das kann man dann so lassen. Meine nächste Frage würde sich jetzt ein bisschen auf die ganze Finanzierungsschiene, die du gemacht hast, beziehen. Und zwar, du hast das Ganze ja über Kickstarter angepriesen oder gesagt, hier Leute, ich habe das und das vor und wenn der und der Betrag zusammenkommt, dann wird noch das und das rein implementiert, weil dann hast du ja eben auch entsprechende Ressourcen dafür. Für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht wissen, was Kickstarter ist, magst du das kurz erklären, dass man erstmal so ein Gefühl dafür kriegt, okay, was ist diese Plattform Kickstarter überhaupt? Und das ist ja jetzt bei deinem Beispiel auch sehr erfolgreich gewesen, was ich jetzt auch, ich habe es jetzt gerade nochmal geöffnet, du hast es auch vorhin schon kurz anklingen lassen, dass jetzt diese oberste Grenze, die du ja im Prinzip angegeben hast, erreicht worden ist und dadurch, ja, jetzt einfach immer, ja, neuer Content nachkommen kann, rein theoretisch. Ja, also Kickstarter ist ja so ein Crowdfunding-Plattform, wo Leute ihre Projekte vorstellen und dafür Geld sammeln, dass sie verwirklicht werden. Also das ist ja eigentlich so der Grundgedanke vom Crowdfunding und die Leute geben dann Geld dafür und bekommen dann, wenn das Produkt dann fertig ist, das fertige Produkt dann dafür, für das, was sie bezahlt haben, also dann da gespendet haben. Das ist ja nicht wirklich eine Spende, aber es ist sowas wie so ein Geldvorschuss im Endeffekt, kann man fast schon sagen. Genau, dass es erstmal zustande kommt überhaupt, das Projekt. Genau, also das ist halt, es gibt ja, glaube ich, wirklich auch unterschiedliche Sachen. Ich meine, manche Projekte werden durch Kickstarter komplett finanziert und leben und sterben damit, ob es finanziert wird oder nicht. Hier das Projekt ist ein bisschen anders. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, einen Kickstarter zu machen. Einfach nur gedacht, ja, okay, dann irgendwann im Sommer veröffentliche ich dann auf Steam in Early Access und dann klappt das. Aber Leute haben halt gemeint, ja, sie würden mich vielleicht gerne unterstützen. Und eigentlich habe ich gedacht, okay, eigentlich wäre es ganz praktisch, wenn ich noch ein paar andere Headsets hätte zum Ausprobieren, weil ich habe halt, das ist wirklich schrecklich, es gibt so viele verschiedene VR-Headsets und alle machen irgendwas eigen. Und irgendwie gibt es immer Probleme, die man sehr schwierig fixen kann, wenn man es nicht hat. Und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, ich hätte gern, habe dann so ein bisschen geschätzt, okay, keine Ahnung, 4000 Euro, da gehen ja noch Steuern ab und Gebühren und alles. Und dann kaufe ich die Headsets, die ich noch brauche und habe noch vielleicht ein bisschen was für, falls ich noch ein paar Frameworks oder so brauche, die was kosten. Oder kann vielleicht noch ein paar Soundeffekte kaufen oder so. Oder Musik oder sowas. Und habe dann einfach gesagt, ja, 4000 Euro Ziel. Wenn es finanziert wird, ist es cool. Wenn es nicht finanziert wird, ist es nicht schlimm, das Spiel wird trotzdem veröffentlicht. Ähm, aber wäre halt gut, wenn es finanziert wird, weil dann wird es halt besser für den Rest. Also war es mehr so, ja, so ein Boost für das Spiel im Endeffekt. Und, ja gut, das hat viel besser funktioniert, als ich eigentlich gedacht hätte. Das sind jetzt ja irgendwie, ich glaube, ja, über 300 Prozent vom Ziel. Äh, das war ein bisschen unerwartet. Wie hast du, wie bist du diese Kickstarter-Kampagne, also du hast ja gerade gesagt, ja, du hast ein paar Leute gehabt, die gesagt haben, ey, ich würde das gerne unterstützen. So nach dem Motto, ein paar Freunde haben gesagt, ja, ich würde dafür auch 15, 20 Euro bezahlen oder sowas. Mach mal eine Kickstarter-Kampagne, da hau ich das mit rein und gut ist. Und dann war das dann im Prinzip so ein Selbstläufer. Hast du dafür Ultra-Werbung gemacht? Hast du einfach jeden angehauen, den, ja, hier, Kickstarter-Kampagne, wenn du mich unterstützen willst, mach das, mach das, mach das. Oder hast du das einfach laufen lassen? Wie bist du die Kampagne angegangen? Also, ich hab mir da wirklich, ich hab da wirklich gar nicht so viel Marketingaufwand oder so reingesteckt, weil ich halt sowieso nicht da, weil es nicht so wichtig war für mich, dass das überhaupt finanziert wird. Also, es wäre cool, also, dann, als ich es geschafft habe, war es schon wichtig. Aber ich hab da jetzt nicht irgendwie, äh, Arbeit reingesteckt in Marketing oder so. Was ich gemacht habe, ist, klar, auf Twitter gepostet, im Discord gepostet, was ich hab. Da waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, irgendwas mit 600 Leute drin. Oder 700, ich weiß es gar nicht genau. Und die haben dann schon mal einen guten Start hingelegt. Und dann hab ich einige YouTuber angeschrieben. Einfach halt eine E-Mail geschickt und gesagt, ja, hier so und so. Hat ja die Itch-Demo, hab da den Link gepostet und alles. Und deswegen gab es halt immer so ein bisschen Traffic, weil ich hab auf Itch auch immer so, damals waren es nicht so viele Downloads, aber da hatte ich auch immer ein paar Views und so am Park. Irgendwie so 30, 40, 50. Und ein paar haben das auch gesehen und haben dann auch auf Kickstarter unterstützt. Dann natürlich die YouTube-Videos, der Discord war groß. Das hat dann fast wirklich Selbstläufer auf Maße angenommen, weil irgendwann haben wirklich auch YouTuber, die ich gar nicht angeschrieben hab, also, klar, viele haben sich auch gar nicht gemeldet, die man angeschrieben hat, ist ja meistens so. Aber ein paar haben auch wirklich ein Video gemacht. Und haben dann auch in irgendwelchen Podcasts, die sie haben, erzählt. Aber auch viele haben es einfach so gefunden. Ich weiß nicht, ob die das über Kickstarter gefunden haben oder ob die Viewer das requested haben bei denen. Aber es haben wirklich einige YouTuber-Videos gemacht, die ich gar nicht angefragt hab. Auch welche, die wirklich riesig waren. Ich glaub, hier der größte war hier der C-Top mit irgendwie 1, irgendwas Millionen Abos. Oder sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht. Und den hab ich auch nicht angefragt, weil ich hab gesehen, dass er es macht, aber hab gesagt, ja, den muss ich nicht anfragen. Der will irgendwie Geld dafür haben oder so. Den muss ich nicht anfragen, das lohnt sich nicht. Und er hat dann selbst im Discord noch halt irgendwie dann was gepostet und hat dann gemeint, ja, er macht ein Video. Und deswegen, also das war wirklich schon fast Selbstläufer-mäßig. Ich hab da, ich hab schon ein bisschen Aufwand reingesteckt, in halt wirklich mal ein paar YouTuber anschreiben. Das hat auch auf jeden Fall geholfen. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt hat wirklich einfach immer mal so alle paar Tage YouTuber ein Video gemacht. Mal groß, mal klein. Hat aber anscheinend gereicht. Ich glaub, Kickstarter hat allgemein auch so guten Traffic gemacht. Weiß nicht warum. Weil seitdem der Kickstarter raus ist, hat sich der Discord auch verdoppelt und alles. Also, ja, ich glaub, ist wirklich ein Selbstläufer gewesen. Mich würde jetzt noch ein bisschen interessieren, hast du dann auch eine Idee, dass du am Ende sagst, dann ist das Spiel auch wirklich fertig? Ich mein, du hast ja jetzt wie viele Jahre Entwicklung da reingesteckt? Das sind ja jetzt schon drei Jahre? Zwei. Zwei, zwei Jahre, okay. Würdest du jetzt einfach sagen, okay, jetzt noch mal zwei Jahre, so ein bisschen, okay, es wird released und dann eben noch so Patches raushauen oder was weiß ich, ein DLC veröffentlichen oder so. Und dann sagst du so, in einem Jahr 2022 ist es erst mal fertig oder möchte ich gerne das nächste Projekt machen? Wie sind da erst mal deine Pläne? Das kann ich so gar nicht sagen. Also, ich würd mal sagen, auf jeden Fall, also auch mit den Stretch Goals, die erreicht wurden und was alles geplant ist, brauch ich mindestens noch ein Jahr, bis ich sagen könnte, das Spiel ist fertig. Und, denke ich mal, hängt das davon ab, wie gut es auf Steam dann danach noch läuft. Ich denke, wenn die Community noch groß ist und aktiv ist, dann würde ich auf jeden Fall auch noch sehr lange weiter daran arbeiten. Weil so ein Spiel ist halt selten wirklich, kannst du wirklich sagen, dass es fertig ist, weil Roguelikes, du kannst immer noch ein Item hinzufügen, du kannst immer noch eine Mechanik hinzufügen. Die sind ja nie wirklich fertig wie ein Storygame. Das ist halt, ja, manchmal ist das nicht wirklich das Problem, aber das ist so eine Sache, wo man sich Gedanken machen muss. Also, ich würd sagen, das Spiel wird irgendwann auch fertig sein und dann wird, denke ich mal, vielleicht auch ein anderes Projekt gestartet. Aber ich denke, solange das Spiel aktiv ist von der Community und es immer noch finanziell sich lohnt, als es soweit kommt, an dem Spiel zu arbeiten und es noch Spaß macht, dann wird es auf jeden Fall, ja, zwei Jahre, würde ich sagen, wird es mindestens noch entwickelt. Okay. Danach, keine Ahnung, also, das weiß ich wirklich nicht. Das ist erstmal ein recht großer Zeitraum, da kann sich ja auch viel ändern. Ja, genau, deswegen, also, was da alles passiert, das... Ja, also, ich mein, man kann es natürlich auch die Route gehen, dass, wenn das Spiel irgendwann, sagen wir mal, fertig ist, kann man immer noch ein DLC machen, was dann auch, was kostet irgendwie ein paar Euro, dass es sich vielleicht lohnt, weiter daran zu arbeiten, wenn es anders sich nicht lohnt. Aber, also, keine Ahnung, da hab ich wirklich keine Pläne. Das ist noch viel zu weit. Ich weiß es nicht. Und du hast, das würde ich mich jetzt noch sehr interessieren, bei der Entwicklung einmal, hast du ja schon gesagt, dass du alles soweit erstmal alleine gemacht hast. Was hast du, wo du gesagt hast, okay, da muss ich mir erstmal irgendwie Hilfe von außen holen? War das jetzt so beim, dass du zum Beispiel sagst, Sounddesign oder sowas da, wo du sagst, das ist jetzt so ein Bereich, das gibst du lieber irgendwie ein bisschen ab oder kaufst dir da Assets ein? Für die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, was ein Asset ist, es gibt in Game-Engines, sind ja so, die gängigsten sind ja Unity und die Unreal-Engine, aber auch, egal, welche andere Engine ja auch, ist es ja so, dass man sich ja Sachen dazu holt. Also egal, ob man jetzt einen Charakter dort reinholt oder einfach nur, keine Ahnung, eine Textur oder sowas, das sind alles Assets sozusagen oder ein Soundfile und das ist ja im Prinzip einfach dieser Überbegriff. Hast du da einen Bereich gehabt, wo du gesagt hast, oh, da traue ich mich selber überhaupt nicht ran, da muss ich auf jeden Fall mir äußere Hilfe holen? Also ich versuche, das meiste selbst zu machen, weil es eigentlich auch ganz interessant ist, das mal so zu lernen und zu machen. Was ich jetzt aber als Neuestes gemacht habe, ist, also die ganzen Sounds, die im Spiel gerade drin sind, das sind alles wirklich Creative Commons Null-Sounds, die ich aus sehr vielen Ecken runtergeladen habe. Da gibt es ja immer mal irgendwelche Offreddit, zum Beispiel irgendwelche Threads, wo die halt irgendwelche Sound-Libraries gerade mal irgendwie irgendwelche Gratis-Sounds oder so zur Verfügung stellen, die einfach ohne Lizenz benutzt werden können. Also da habe ich so eine Riesen-Library und da hole ich mir eigentlich alles raus und tue dann die Sounds ein bisschen bearbeiten. Also die Trailer-Musik habe ich eine Lizenz für gekauft, weil Musik komponieren, da fange ich jetzt nicht mehr mit an. Ich wollte gerade sagen, das führt dann eins zum anderen und man merkt dann irgendwie, das wird jetzt zu viel, wenn man das auch noch macht. Deswegen, also ich habe jetzt auch, weil der Kickstarter auch so gut läuft, habe ich jetzt auch mit, bin ich jetzt auch dabei, dass hier die Musik, also die Ingame-Musik, die macht mir jetzt jemand oder eher gesagt eher so eine, ja oder firmamäßig macht das. Die Sounds, viele davon glaube ich werden so bleiben, einige werden überarbeitet. Also der, mit dem ich dann Kontakt habe, hat gemeint, er lässt mal seinen Sound-Designer drüber schauen, was man da noch machen kann. Also die helfen mir jetzt mit den Sounds und die haben mir auch schon Demo-Material geschickt, wo sie halt so ein bisschen Gameplay-Video von mir mit ihren Sounds und Musik überlagert haben und also das ist schon verrückt. Also das fühlt sich wirklich krass an. Also das würde ich nicht hinbekommen, weil Sounds und Musik habe ich wirklich wenig Erfahrung, weil auch in den Projekten vorher habe ich damit nie was zu tun gehabt. Deswegen, ich meine, es ist okay, wie es jetzt ist, aber was die dann machen, ist auf einem ganz anderen Level und ich denke, das hilft dem Spiel auf jeden Fall. Definitiv. Also ich merke das selber, dass sobald man irgendwas entwickelt oder sowas und dann legt man da die Musik einfach rein und das ist dann auch auf das, was man sieht, abgestimmt, dann ist das einfach mal mindestens die halbe Miete, die man da mitgemacht hat. Ja, das ist schon krass. Von daher ist das schon, glaube ich, eine ganz gute Idee, dass du das da extern von der Firma machen lässt, dass die das auch wirklich professionell können und wie gesagt, auch die Zeit, ich meine, selbst wenn man es selber könnte, man muss auch echt die Zeit dafür haben, das umzusetzen. Es ist ja nicht so, dass ein Sounddesigner da 10 Minuten dran sitzt und dann ist das fertig. Genau. Ich glaube, sonst die Animationen habe ich auch hier von Mixamo. Also die Animationen von den, also die Humanoid-Animationen, also von den Menschen, die habe ich von Mixamo, weil die sind halt, glaube ich, alle gemotion-captured. Das kann ich ja auch nicht hier machen. Die hole ich dann einfach. Klar, wie die dann am Ende alle aufeinander abgestimmt sind und so, da muss man dann selbst machen, aber die Animationen selbst habe ich von da. Dann die Inverse Kinematics, da habe ich Final IK gekauft für halt, also das, weil Unity in Inverse Kinematics nicht so gut sind. Sonst, glaube ich, ist der Rest, soweit ich weiß, selbst gemacht. Kann auch sein, dass ich noch gerade was vergessen habe. Aber ja, vielleicht auch mal so kleine Sachen. Ich habe mir jetzt auch letztens einfach eine In-Game-Konsole gekauft fürs Development. Wo einfach an meinem Controller In-Game der Output von der Unity-Konsole angezeigt wird, um halt einfacher zu developen. Kann man halt selbst machen, aber ist halt einfacher, sich einfach schnell zu holen. Ja, das kenne ich. Wie gesagt, wenn dann halt so ein Asset irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Euro kostet und man denkt dann, okay, ich selber würde da jetzt zwei Tage dran sitzen, ja, kauf dir es einfach schnell und dann kannst du sofort weitermachen, da, wo du eigentlich weitermachen möchtest. Auf jeden Fall. Ja, also super spannend, Eric, auf jeden Fall. Ich finde das echt ein total krasses Projekt. Ich kann ja auch mal ja kurz erzählen, wie ich dazu gekommen bin und zwar, ich war selber Gast in einem Podcast vor, ja, wenigen Tagen mittlerweile und zwar bei MRTV und da hat das der Dot, der da mit Podcast macht von der VR Legion, die Seite betreibt er, der hat das so, ja, guckt euch das mal an, ich finde es super, es macht super viel Spaß und so weiter und so fort und ich dachte, mhm, 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 noch nie was von gehört und dann, ja, hab ich dann eben auch, bin ich auf das Kickstarter-Projekt gekommen, da hast du ja auch alles erstmal lang und breit beschrieben, um was es da geht, dann so ein Trailer da veröffentlicht und so weiter und eben dann auch die, die Seite mit dem Download für die, ja, die Beta und die hab ich mir dann runtergeladen und dann war ich erstmal, ich glaub, vier Stunden versunken. Also, es macht schon echt Bock, muss ich wirklich sagen, also es ist jetzt nicht nur so, dass ich irgendwie sag, ey, ja, hier, cooles Projekt und nächstes Thema, sondern das Spiel an sich, also kann ich aus eigener Erfahrung einfach auch erzählen, hat auch super viel Spaß gemacht, so, also diese, diese Dungeons da zu erkunden und auch die, die Physik, die du da reingebaut hast, das find ich auch so geil, also, dass du zum Beispiel diese Jahn, die da runterhängen und so weiter, dass du die mit nem, mit nem Schwert da einfach, äh, zerkloppen kannst, aber der Schnitt auch genau da stattfindet, wo eben das Schwert auch lang fährt oder das, das Wurfmesser da an der Stelle einfach hingeworfen wurde oder so, ne, also das find ich schon echt beeindruckend, dass das in, jetzt lass mich überlegen, 58 MB reinpasst, was du da alles gemacht hast, ist das, also das erstaunt mich selber sehr, dass es einfach nur, dass das so klein ist, das Spiel. Ja, also ich mein gut, die Assets sind ja nicht wirklich groß, also die Models, die ich mach, sind ja alles voxel-style, die Texturen sind auch, ich glaub, alle Texturen vom Game passen in zwei, 256 mal 256 Texturen rein, zur Zeit, oder sind's drei, ich weiß nicht, ähm, aber ungefähr so, also es ist nicht wirklich groß, äh, das Witzige ist wirklich dieses, ich glaub, das ist wirklich das Beste, was ich hätte machen können, äh, hab dann irgendwie so, einen Tag, glaub ich, einen Shader geschrieben, der wirklich extrem simpel ist, der wirklich einfach nur, in einer bestimmten Höhe, die Pixel nicht mehr rendert, und, das war's, und der hat halt noch so ein bisschen Bewegung und so, und, die Reaktionen da drauf, ich hab dann so ein GIF gemacht, hab das im, äh, Discord gepostet, hab dann das gedacht, okay, vielleicht kann ich das auf Reddit posten, aber wird bestimmt nicht so interessant sein, und alle sind da drauf ausgerastet, und alle finden das geil, jedes Video, was man guckt, Leute haben Spaß, dieses Gras abzuhacken, das war eigentlich nur so ein, das ist auch so, kein Scheiß, das ist wirklich so, so ein Gedanke, der einfach so, nebenbei mal eingebaut wurde, weil ich so gedacht hab, ja, könnte cool sein, und jetzt ist es wirklich so, wo alle denken, alter, geil, hat gut funktioniert. Also, äh, meine Frage wäre jetzt noch, äh, darüber hinaus, wie, es wird auch von der Größe her dann, ähnlich sein, also, keine Ahnung, vielleicht 60 MB oder sowas, oder 70, wenn's dann komplett released wird, also, es wird weiterhin zu klein bleiben. Ich denke, es wird ein bisschen größer, durch die Musik, die noch kommt, ja, das nimmt mich schon mal so ein. äh, mehr Soundfiles, ich glaub, die nehmen wirklich schon das meiste weg, äh, sonst, klar, mehr Models, ein paar mehr Gegner und so, aber ich, das wird nicht viel einnehmen, ich kann's nicht wirklich sagen, aber wirklich viel größer wird das Spiel, glaub ich nicht. Ich denke, der Große wird dann wirklich Musik, Soundfiles, weil meine Texturen sind winzig, meine Models sind simpel, ähm, die Level-Dateien sind, also, die Räume und so, auch nicht groß, der Rest wird alles präsentural generiert, äh, ich denke, es wird nicht viel größer, ich denke, der Großteil wird, hängt davon ab, wie viel Musik und so reinkommt, also, ich kann's nicht sagen, wird's, denke ich mal so, in der Größenordnung bleiben, also, ein Gigabyte wird's nicht werden. Okay. Ja, ja, krass, ey, auf jeden Fall, also, wie gesagt, ähm, supergeile Sache, die du da machst, und ich hab's ja per Kickstarter auch unterstützt, ich warte auf meinen Steam Key, und dann hab ich's auf jeden Fall, ja, genau, ja, klar, ich kann das absolut nachvollziehen, also, da brauchst du mir überhaupt nicht irgendwie sagen, ja, äh, nächste Woche, oder was weiß ich so, it's done when it's done, so, also, das kann ich absolut, man kann's ja bisher spielen, so, es ist ja nicht so, dass du die Leute irgendwie im Trockenen stehen lässt, und die gar nix haben, so, sondern, wenn man einfach sagen möchte, ey, ich möchte reingucken, äh, kann das jeder machen, und man muss sich ja nicht mal, mein, gut, deine Kickstarter-Kampagne ist jetzt, glaub ich, ausgelaufen, ne, äh, auch spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn jetzt hier die Leute den Podcast hören, von daher, die Kampagne läuft ja genau in drei Minuten, ah, okay, hier während des Podcasts endet die Kickstarter-Kampagne, okay, ja, echt gutes Datum, wunderbar, jetzt hatte ich das nicht mehr ganz im Kopf, planst du sowas wie ein Koop in dem Game, wäre das umsetzbar, eine sage ich jetzt halt mal, weil ich, ich stelle mir immer vor, wenn du Multiplayer-Funktionen reinbringen möchtest, egal ob jetzt Koop oder, oder, ja, ich sage jetzt mal, 20 Leuten in einem Raum, ist das schon, eine heftige Sache von der Programmierung her, oder nicht? Ja, klar, das ist vor, also, ich habe auch erst einmal, wirklich, Multiplayer-mäßig, ein bisschen rumgespielt, also, ich habe irgendwie auch schon bestimmt 20 andere kleine Projekte gehabt, aber die habe ich immer irgendwann aufgehört, das war mehr so rumgespielt, und geguckt, was man machen kann, und da habe ich halt einmal gemacht, okay, dann gucke ich mal, wie es mit Multiplayer läuft, und das war schon aufwendig, und, ich weiß halt nicht, also, ich kriege die Frage sehr oft, ja, hallo, ich hätte das gerne in Koop, das wäre so cool, aber ich weiß einfach nicht, ob es realistisch ist, weil, ich habe gesagt, ich mache das jetzt nicht, weil es zu viel Aufwand ist, ich kann es später vielleicht machen, das Problem ist, später ist das ganze Spiel fertig, man muss sehr viel ändern, deswegen eigentlich müsste man von Anfang an ja schon damit anfangen, aber, ich kann es halt wirklich nicht einschätzen, ich habe einfach zu wenig Erfahrung mit Multiplayer und Networking, dass ich jetzt sagen könnte, ist es möglich oder nicht, ich glaube eher, dass es, ich bin eher, ich händiere eher das, dass es nicht möglich ist, weil, ich habe auch so viel Physik am, die da abläuft, das, was alles synchronisiert, und dass das irgendwie Spaß macht, zu spielen, wird, glaube ich, schwierig. Ja, ich wollte auch schon sagen, kennst du ja nicht bei Unity selbst, aber wir hatten jetzt auch gerade eine Unina-Aufgabe, wo wir einfach bloß ein simples Blackjack für mehrere Spieler gleichzeitig bereitstellen sollten, und das war, das ist schon ein Aufwand ohne Ende, und, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei Unity ist, aber ich stelle mir das definitiv nicht einfach vor. Ja, es ist einfach, es ist halt schwierig, weil, also, das ist ein Basic-Networking geht vom Aufwand her, aber dass es dann halt auch wieder gut funktioniert, ist halt wieder so eine Sache, und das ist halt, ich weiß nicht, also ich, ich würde sagen, es ist möglicherweise möglich, aber dann bräuchte ich wirklich sehr viel Zeit, die dann wirklich nur da reinfällt, und die Frage ist, lohnt sich das, oder sind dann wirklich irgendwie nur, da muss ich mal eine Umfrage auf dem Discord oder so machen, oder sind wirklich irgendwie nur 10% der Leute, wollen vielleicht, fänden es cool, aber ist es nicht wichtig für sie, oder irgendwie jeder zweite will es haben, dann ist es natürlich eine andere Sache, aber wenn man wirklich sagt, ja, die Leute finden das Spiel cool, auch ohne Multiplayer, und es sind irgendwie wenige, die es mit Multiplayer irgendwie nur dann spielen würden, dann weiß ich halt nicht, ob sich der Aufwand lohnt. Was ich halt hab, so als vielleicht Kompromisse, ist halt, das ist jetzt auch das Swatch-Goal erreicht, dass ich halt so Daily-Runs hab, wo es dann eine Bestenliste gibt, wo man dann sehen kann, wer wie gut in seinem Daily-Run war, oder sowas. Ich mein, das ist ja auch so ein bisschen bei Beat Saber das Konzept, ne? Genau. Dass hier einfach so diesen, du kannst jetzt nicht direkt nebeneinander stehen, und die Klötze da zerkloppen, oder sowas, aber du siehst halt diese Bestenliste, sowas ist auch schon unfassbar motivierend, oft einfach. Genau, und ich denk, das ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Und dann gab's noch eine Idee, die hat einer gestellt, die fand ich eigentlich ganz cool, da müssen wir mal schauen, wie man das macht, dass es irgendwie so gibt, dass man zum Beispiel irgendwie asynchrones Multiplayer-mäßig hat, dass man zum Beispiel irgendwie so, wenn man im Dungeon stirbt oder so, dass dann ein Freund oder so die Leiche finden kann oder so, im Dungeon. Und ein paar Items oder so, das wär cool, ja. Irgendwie sowas, oder dass da eine Nachricht steht. Also es ist noch nicht wirklich geplant, das war nur so eine Idee, und dann hab ich so gedacht, ja, das könnte eigentlich ganz cool sein. Aber ja, ich würd gern Multiplayer haben, ich glaub aber nicht, dass es also ich glaub, es ist auch möglich, wenn man sehr viel Arbeit reinsteckt, ich glaub aber nicht, dass es die Arbeit rechtfertigt, die man reinstecken müsste. Okay. Ich hätte jetzt noch eine, ja, so langsam letzte Frage, wenn dann Philipp nicht noch fünf Fragen hat oder so, keine Ahnung, aber mich würde jetzt noch ein Thema interessieren und dann vielleicht noch eine Frage aus dem YouTube-Video, was ich gemacht habe, da hat da eine, der Redfrog da noch was drunter gestellt, die stell ich mal zuerst, ich mach's mal so. Ähm, und zwar, er finde es cooler, wenn das Konzept, äh, was du an den Tag gelegt hast von den generierten Level, eher durchdacht wäre, also nicht zufallsgeneriert, weil er oft genug Spiele gespielt hat, das nehme ich zumindest so aus dem Subkontext da raus von dem Kommentar, die ihn immer abgeschreckt haben, so es ist meistens irgendwie, hat das nie Hand und Fuß gehabt. Ich finde ja aber, ähm, du machst ja quasi ein bisschen beides in deinem, klar, in deinem Game, ne, in Ancient Dungeon, du gehst zwar in zufallsgenerierte Level, aber nichtsdestotrotz landest du ja irgendwann mal bei einem Endgegner. Ich verstehe das Problem, was er hat und es ist halt wirklich schwierig, also das, ich denke, da muss ich auch noch einiges nachlegen, das Problem ist halt wirklich, Level, die du per Hand brauchst, sind auf jeden Fall spaßiger und können viel interessanter sein. Also können viel besser gebaut werden, können durchdachter sein, Problem ist halt, du spielst hier einmal und weißt, wie sie aussehen und das war's. Deswegen, ja gut, deswegen, ja, ich, 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 also ich weiß, denke ich, worauf er hinaus will, es gibt halt Leute, die mögen halt dieses, dieses Generierte, das darf halt nicht so sein, dass du wirklich, dass es einfach nur irgendwie aussieht wie aneinander geklatschte Wege und da wird dann irgendwo zufällig ein Gegner hingesetzt und dann fertig. Das muss ja, irgendwie sich schon so anfühlen, dass das so ein bisschen ein Konzept hat. Das ist halt schwierig, dass das gut funktioniert. Ich hab's halt so ein bisschen, also bei mir werden halt die Räume auch teilweise vorgebaut und die generieren einfach dann zufällig drin und können, die Räume selbst können auch nochmal ein bisschen zufällig generiert sein. Ja, schwierig. Aber ich finde tatsächlich, dass da, ja, Philipp? Was mir gerade dazu einfällt, ich kenne jetzt deine Datenstruktur nicht, aber hast du mal überlegt, dass du vielleicht sowas machst, wie, dass man nach einem Level vielleicht so ein Speichern-Button hat, dass man dann vielleicht das zufällig generierte Level speichern und dann eventuell mit Freunden teilen kann oder so? Das könnte ich mir halt vorstellen. das läuft alles per Seed. Also du kannst einfach ein Seed eingeben. Okay, kannst du gerade nicht. Also du kannst, du könntest ein Seed eingeben, hätte ich ein Eingabefeld dafür. Und dann kannst du einfach per Seed einfach den gleichen Dungeon generieren. Weil da könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass das wäre halt eine coole Art zu sagen, okay, das war jetzt echt ein cooles, zufallsgeneriertes Level und du hast so ein bisschen dieses Multiplayer-Feeling zumindest, dass du halt einem Freund sagen kannst, hier, ich kopiere dir mal meinen Code raus und probiere das mal. Ich fand das Level so, wie es war, mega geil und kann sich so ein bisschen drüber austauschen und so. Oder schwer. Also ich habe zum Beispiel einige Dungeons gehabt, wo ich das gezockt habe, da dachte ich mir, Alter, ich bin ja im ersten Level und ich bin nach vier Minuten gestorben. So, weil das so schwer war. Ja, das ist schon schwierig. Aber auch Ansporn. Es war auch Ansporn. Es war jetzt nicht negativ gemeint. Ja, also es gibt, das ist ja wirklich dieses Konzept von Roguelikes, dass du halt am Anfang wirklich gar nicht weit kommst und dann nur halt dann weißt, wie das Spiel funktioniert, dass du dann halt weiterkommst. Es ist halt trotzdem schwierig zu balancieren, weil es halt einige Leute gibt, die dann halt irgendwie am Anfang sterben und dann halt direkt sagen, das Spiel ist viel zu schwierig. Gleichzeitig hat man ja Leute, die sagen, das Spiel ist viel zu einfach. Und dann denkt man so, ja, was denn jetzt? Ja, wo findest du da den Mittelweg? Auf jeden Fall, ja. Genau, das ist echt schwierig. Jeder hat so viel, also ich finde es gut, dass es so viel Feedback gibt, aber es ist halt schwierig, da einen Mittelweg zu finden, der passt. Dann hätte ich noch eine letzte Sache von meiner Seite aus und das betrifft das Thema Motion Sickness. Das ist mir, ich hatte es auch in dem Video erwähnt. Ja, genau, das habe ich gesehen. Das ist mir wirklich aufgefallen an dem Game. Ich weiß nicht, ob es auch nur an mir liegt, keine Ahnung, das ist ja eine sehr subjektive Sache, muss man dazu sagen. Ja, klar. Dass ich bei den Bewegungen und so weiter und so fort, dass ich, also sobald ich irgendwie mal um eine Ecke gegangen bin oder so, das war dann so, ja, so 10, 15 Minuten, dann habe ich echt gesagt, okay, ich muss jetzt auf Pause drücken und die Brille mal für wirklich 10, auch weitere 10, 15 Minuten abnehmen und dann erst kann ich weiterspielen, weil mir dann, also wirklich starke Motion Sickness mal aufgetreten ist. Hast du sowas öfter oder bin ich da jetzt ein Einzelfall? Ich selbst bin auch nicht so der, also ich bin auch ziemlich anfällig dafür, für Motion Sickness. Ich eigentlich gar nicht, deswegen hat es mich ein bisschen gewundert. Okay, krass. Also ich habe im Spiel jetzt selbst kein Problem, okay, aber ich habe es ja auch schon hunderte Stunden halt getestet und gespielt. Vielleicht hat das eine Auswirkung. Ich weiß es gar nicht. Ich denke, es ist wirklich subjektiv. Also ich habe, glaube ich, drei, vier, fünf Leute gehabt, die gemeint haben, sie können das Spiel nicht spielen, wenn es kein Teleport-Movement gibt. Aber ich glaube, die meisten kommen mit den Bewegungen klar. Also es ist echt subtil. Zum Beispiel, ich hatte auch einmal das, dass die Bewegung von deinem Charakter, wenn du den Joystick loslässt zum Bewegen, dass er noch so ein paar Zentimeter irgendwie sich nachbewegt, also dass er nicht direkt stoppt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Aber irgendwie drei, vier Leute haben dann gesagt, ja, den wird schlecht dadurch. Und ich so, hä, wie? Was ist denn da? Ja, der stoppt nicht wirklich am Anfang an. Dann habe ich das weggemacht und dann ging das besser. Aber keine Ahnung, Motion Sickness ist wirklich, sehr subjektiv, glaube ich. Da gibt es wirklich Leute, denen wird irgendwie schlecht, wenn sie Spiele spielen, wo sie sogar teleportieren. Und anderen Leuten, denen wird nicht mal schlecht, wenn sich alles dreht. Aber dann auch, auch manche Spiele wird einem schlecht und manche Spiele nicht. Das ist total seltsam. Ja, deswegen meine ich halt, ob ich da so ein Einzelfall bin. Keine Ahnung. Ich habe da zum Beispiel, weiß nicht, ob du das kennst, für die PlayStation VR, es war einer meiner ersten VR-Experience, Star Wars Battlefront, wo du mit diesem TIE Fighter da rumfliegst und so einem Sternenzerstörer drumrum und da muss, äh, mit einem X-Wing so rum und muss TIE Fighter und so einen Sternenzerstörer abknallen. Mega geil. Aber ein Kumpel von mir, der hat sich das aufgesetzt, der ist nach zwei Minuten in die befließten Räume gerannt. Also, das war auch die heftigste Motion-Signis-Reaktion, die ich bis jetzt erlebt habe. Aber es ist halt schon krass und mich hat sowas halt, also Weltall triggert mich halt fast gar nicht so. Das ist halt, wo ganz viele Leute aber enorme Probleme haben. Also zum Beispiel, keine Ahnung, bist du im Raumschiff und machst halt so eine Drehung, dass du nicht mehr weißt, wo ist oben und unten jetzt, so nach dem Motto. Und da haben halt viele Leute Probleme. Es kommt halt wirklich stark darauf an, immer auch, wie gut ist die Software programmiert. Also, wie wird das wahrgenommen? Wird dir ein falscher Eindruck davon vermittelt, wie die Bewegung stattfindet und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann auch immer ganz groß. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall am kommenden Wochenende nochmal, habe ich mir vorgenommen, eine längere Session nochmal zu machen. Vielleicht ist es dann auch besser. Das kann natürlich sein, dass es da einfach nochmal, weil es noch für mich ungewohnt ist, dass da einfach noch ein bisschen die Übung fehlt. Das ist meistens eigentlich so. Kann halt sein. Es ist echt schwierig zu sagen, woran es genau liegt. Also, ich habe halt auch viele, die dann sagen, ja irgendwie so und so mit der Motion Signals. Die Sache ist, ich benutze eigentlich jetzt auch nichts Exotisches vom Movement her, weil ich eigentlich alles über hier VRTK, dieses Toolkit, benutze. Ich habe ein paar Sachen angepasst vom Movement her, die eigentlich nur Bugs waren, aber irgendwie 95% vom Movement ist einfach, würde ich mal sagen, eigentlich genau wie in allen anderen Games, dieses Framework benutzen. Und ich glaube, das sind einige. Deswegen finde ich es immer interessant, wenn Leute meinen, dass irgendwie bei meinem Game sie gar keine Motion Signals bekommen oder bei meinem Game sie nur Motion Signals bekommen. Das ist dann immer so ein bisschen fraglich. Woran kann es liegen? Weil eigentlich habe ich selbst nicht viel an diesem Code gemacht. Der ist einfach in diesem Framework so gegeben und klappt in vielen Games auch. Also, es ist dann wirklich die Frage, woran liegt es? Vielleicht wird Leuten auch schlecht von der Grafik. Kann auch sein, keine Ahnung. Das ist halt so subjektiv. Ja, auf jeden Fall. Da hast du definitiv recht. Da kann man wirklich, glaube ich, Wochen drüber labern. Ja, ich habe ja auch in meiner Bachelorarbeit tatsächlich so ein bisschen das Thema Motion Sickness sehr thematisiert und es ist halt, also oder auch Immersion an sich. Also es ist ja nicht nur Motion Sickness, sondern es ist ja, also Motion Sickness ist für mich ein Teil der Immersion. So sehe ich das. Und Immersion ist dermaßen subjektiv, wenn du einfach für gewisse Sachen, auch bei, zum Beispiel du fährst Zug oder Auto als Mitfahrer und liest ein Buch oder sowas oder guckst einen Film auf dem iPad und sowas. Und Leute, die halt da schon diese Reisekrankheit halt kriegen, was ja quasi nichts anderes ist als Motion Sickness unterm Strich, die sind dann natürlich auch für solche Sachen manchmal sehr, sehr anfällig. Und wie gesagt, du legst eine andere Software ein, startest das, ist vielleicht vom Gameplay her fast das Gleiche und da tritt es auf einmal gar nicht auf. Das ist halt immer, ist wirklich eine super subjektive Sache. Und man kann doch nicht immer so rauskristallisieren, woran liegt es jetzt wirklich. Ist es die Grafik, ist es die Bewegung, was auch immer so. Das ist wirklich schwierig. Genau, ich meine, ich kann auch, wenn ich im Auto wirklich zehn Sekunden aufs Handy gucke, wenn ich im Beifahrersitz sitze oder so, dann ist mir schon schlecht. Dann ist es wirklich für zehn Minuten schlecht. Das ist total verrückt. In VR ist es nicht so. Da geht das meiste und auch Achterbahnen oder sowas kann ich den ganzen Tag fahren, gar nichts. Aber wenn ich im Auto sitze und aufs Handy gucke, ist mir nach zehn Sekunden kotzübel. Und ich weiß nicht, warum. das ist einfach, wie gesagt, extrem subjektiv. Also da geht es, glaube ich, jeder Mensch anders. Ja, ich glaube, da kann man auch als Mediziner eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ich habe dieselbe Erfahrung. Ich habe auch noch nie herausgefunden, woran liegt es bei sowas. Ich habe versucht bei Spielen, so okay, bei dem Spiel passiert das, vielleicht liegt es daran. Dann habe ich ein anderes Spiel gespielt und da kam es dann wieder durch komplett andere Sachen und hoffen wir mal, dass da bald jemand eine Doktorarbeit draus macht. Das wäre bestimmt interessant. Echt so, ja. Vielleicht kommt dann irgendwann mal die eingebaute Kurztüte für VR-Brillen, dass du das Headset nicht mehr abnehmen musst oder sowas. Keine Ahnung. Jetzt wird auch noch irgendwas Tolles kommen, denke ich mal. Nee, aber wie gesagt, also Erik, ich würde jetzt noch mal ein bisschen über VR an sich reden und zwar erst mal vielen, vielen Dank dafür, dass du hier dein Projekt auch noch mal so ausführlich jetzt vorgestellt hast und die ganzen Fragen, die wir jetzt hier auch hatten, beantwortet hast. Aber jetzt würde mich super interessieren, was findest du an VR so geil? Also wo du jetzt einfach sagst, okay, ich entwickle jetzt mal was für VR, das kommt ja nicht von ungefähr. Also besonders erst mal dafür was zu entwickeln. Ich denke ja auch, du hast ja vorhin auch schon kurz gesagt, spielst zum Beispiel Beat Saber immer oft. Was findest du so an diesem Medium so geil? Oder das war jetzt ein bisschen sehr subjektiv, die Frage, was reizt dich an dem Medium? Vielleicht das ist jetzt ein bisschen objektiver. Ja, keine Ahnung. Also es ist halt wirklich dieses, was glaube ich so der Haupt ist für alle so in andere Welten eintauchen und sowas und wirklich halt Spiele auch anders spielen als halt am PC sitzen. Was auch vielleicht ganz cool ist, ist, dass man halt in manchen Games halt auch wirklich aktiv sich irgendwie rumlaufen kann und bewegen kann und so. Das ist glaube ich so das, was mich an VR halt reizt. Vor allen Dingen halt zu sehen, wie es halt immer besser wird. Und ich habe jetzt die Index seit gestern. Oh, das ist das tollste Headset überhaupt. Und ich habe jetzt wirklich, also ich habe die von Valve ja geschickt bekommen und habe auch, also ich habe jetzt, was lustig ist, ich kann jetzt wirklich sehr viel drüber sagen, weil ich habe jetzt, die Vive habe ich ja seit vier Jahren, die Rift S habe ich von Oculus über das Startprogramm bekommen, die Index habe ich von Valve jetzt bekommen, die Quest habe ich mir noch so jetzt gekauft. Jetzt habe ich halt so eine schöne Übersicht über die ganzen Headsets und man merkt halt schon, wie viel besser es wird. Vor allem, wenn man die Vive mit der Index vergleicht, ist es halt wirklich auf jeden Fall. Ich finde die Farben auf der Vive immer noch besser, aber ja, man merkt halt, wie es weitergeht und ich finde das halt voll interessant, wie das halt aussieht in fünf Jahren oder so und keine Ahnung, das reizt mich halt total daran, einfach dieses ja, woanders sein und halt mit der ganzen Welt zu interagieren und so und mal nochmal anders über Spiele nachzudenken. Und keine Ahnung, ich habe mir damals, glaube ich, wirklich 2016, bevor die Vive rauskam, war ja so einer so der ersten mit der Rift, habe ich mir irgendwie ein Gameplay-Video davon angeguckt, habe so gedacht, alter Scheiße, ich brauche das. Habe Pre-Order gemacht und habe dann auch so irgendwie drei, wie er ewig lang drauf war, bis sie dann ankam und ich war begeistert. Und seitdem bin ich irgendwie da voll drin. so ähnlich war es bei mir auch, also ich hatte bei einem Kumpel in Bremen das erste Mal sehr intensiv so eine VR-Brille da auf und war, was war, Vanishing Realms, weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Rollenspiel für VR, das war so meine, also das war so eine richtig, da war ich mal länger als eine Stunde in VR so, ne, so und ich habe die Brille abgesetzt und gesagt, ich wollte nie wieder raus aus dieser, weil ich fand das so geil, diese, also allein diese Perspektive einzunehmen, in dem Spiel drin zu sein, das war, da habe ich gesagt, das ist ja der Wahnsinn so und dann hat es glaube ich zwei Monate gedauert, da hatte ich auch meine HTC-Vibe dann im Regal. Ne, also merkst du es auch bei dir, dass es nicht mehr so immersiv ist wie damals? Ähm, ich würde dir... Früher hat man noch Angst vor Wenden oder so gehabt, aber jetzt... Ja, ich würde dir zustimmen, dass das, dass das an einigen Punkten kommt, allerdings hatte ich jetzt Half-Life Alyx gespielt. Ja, okay, genau, genau. Und bei Half-Life Alyx war tatsächlich so, die haben das so krass getriggert bei mir, dass ich mich, also wirklich so gefühlt habe, Philipp kann davon ein Lied singen, wo ich das hier im Podcast, wo ich drüber geredet habe über Half-Life Alyx, das ist so gewesen, als hätte ich zum ersten Mal eine VR-Brille aufgehabt. Also das war Wahnsinn, was die, was die da gemacht haben mit Half-Life Alyx. Ja, genau. Also Half-Life Alyx war wirklich nochmal so, wie als ob man, äh, irgendwie VR nochmal als erstes sieht, das war wirklich verrückt. Und ich beneide ja auch die Leute, die VR noch nicht auf hatten, sagen, okay, wegen Half-Life Alyx hole ich's mir jetzt. Ja, boah, Alter, die Leute. Ich glaube, da bist du, da bist du, da verstehst du die Welt, glaube ich, nicht mehr, wenn du das da gemacht hast. Ja. Also das hat mich jetzt nochmal sehr stark abgeholt auf jeden Fall und ich finde halt natürlich auch die, äh, kompletten Einsatzmöglichkeiten, ob das jetzt auch so, unter anderem natürlich auch von VR, aber auch von Augmented Reality, ne, das ist ja so eine, so die Schwester-Technologie, wenn man so möchte, ähm, finde ich einfach unfassbar krass, wie, wie sich diese Techniken weiterentwickeln. Jetzt kommt ja zum Beispiel auch hier Unreal mit, mit so einer Augmented Reality-Brille an, die nur 88 Gramm wiegt und so weiter und so fort. Also, wie du schon sagst, so, ich glaube, da können wir in den nächsten fünf Jahren, wenn wir dann auf 2020 zurückblicken, denken wir, jo, was haben wir mit, was für einem Shit haben wir damals eigentlich angefangen? Aber, Das, das ist schon unfassbar faszinierend, ähm, was, was mit dieser Technologie einfach möglich ist. Und ich fand da halt, du hast es ja auch so ein bisschen durchklingen lassen, ähm, so das Hauptding war, nie die Grafik, fand ich bei VR. Ich meine gut, bei Half-Life Alyx hat's das jetzt natürlich nochmal richtig rausgehauen. Ja, klar. Es war einfach wirklich on top die Grafik, wo ich sagte, so, so muss erst mal ein Flatgame aussehen, wie die das gemacht haben. Und, ähm, das andere ist aber immer noch, äh, ist halt diese Perspektive, ne? Aber, du hast schon recht, es hat sich ein bisschen abgenutzt, in dem Sinne von, gut, äh, man hat halt sehr, sehr viele Stunden drin verbracht, aber ich find, wenn, wenn's einfach neue Inhalte immer wieder gibt, und man was Neues erlebt und das auch gut gemacht ist, und dann find ich eigentlich schon, bleibt diese Faszination für das Medium einfach bestehen. Ja, klar, auf jeden Fall. Das bleibt. Also, man wartet jetzt natürlich weiter auf sowas wie Half-Life Alyx, das sowas, das hat halt jetzt einen ziemlich hohen Standard gesetzt, und da ist es natürlich jetzt ein bisschen hart zu warten, bis nochmal sowas kommt, weil es halt immer noch, halt immer noch zu, bei dem Anfang, es gibt immer noch zu wenig, es hat immer noch keinen Sinn für Leute, wirklich, wirklich, also für große Spielestudios irgendwie in so richtig krasse Experiences zu investieren. Ja, klar, das ist ja, also die gucken halt auf die Zahlen, sagen, wir wollen das und das einnehmen, und wenn das nicht reinkommt, per Prognose, dann lassen wir das halt sein, so, ne, das ist ja eine ganz kalte wirtschaftliche Analyse, die da vorgenommen wird, und, ja, aber, von daher, ich find's halt super, dass du dich da, äh, auch einfach rantraust und einfach sagst, ey, ich hau jetzt so einen Titel hier in VR raus, und der, ja, so wie es aussieht, ja jetzt auch gar nicht so verkehrt ankommen wird, und von daher, ja, ist das, ist das eigentlich super, dass das durch so ganz viele kleine Sachen auch erstmal vorangebracht wird, und wie gesagt, es ist schon dieser, dieser Half-Life-Alex-Moment, klar, der muss jetzt erstmal nochmal wiederholt werden, das ist super schwierig, aber ich hoffe, dass wir mal in diesen Zustand kommen, und der so in den nächsten Jahren auch erreicht wird, dass so, ja, man muss es wirklich erstmal bescheiden sehen, zwei bis drei Titel im Jahr, auf diesem Niveau rauskommen, das wäre schon super, und die auch, das wäre, wow, also die dann halt auch auf der, auf der Gamescom oder sowas, oder auf der E3, was weiß ich so, halt eben angekündigt werden, gesagt, ja, hier, äh, einmal Mitte des Jahres und Ende des Jahres, äh, kommt eben so ein richtiger, großer Titel oder zwei, und darauf könnt ihr euch freuen, so, ne, das hat man jetzt bei Half-Life-Alex ja auch super gemerkt, dass da einfach die Verkaufszahlen für VR-Headsets, äh, in die Höhe gegangen sind, die alten VR-Headsets, die so ein bisschen im Schrank verstaubt sind, wieder rausgeholt worden sind, also das sind natürlich schon so ein paar Punkte, wo man sagt, okay, äh, man sieht, dass es fruchtet, ne, aber VR muss erstmal so, ich sag, diese, im Gaming-Bereich zumindest, dieses Niveau erreichen, was jetzt die Konsolen haben, ne, also eine Playstation oder eine Xbox, da muss ich VR irgendwie einreihen können, so, dass man einfach sagt, ey, da gibt's, für VR gibt's so geile Exklusivtitel, deswegen lohnt es sich, so ein Ding zu kaufen, ne, und dann muss es natürlich weitere Anwendungen geben, die übers Gaming hinausgehen, so, du kannst ja auch mit einer Playstation, äh, die kannst du ja auch aus Blu-Ray-Player verwenden, zum Beispiel, ne, so, also, so auf dem Niveau muss sich auch eine VR-Brille einfach bewegen. Ja, klar, also ich, ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass möglicherweise mit der Oculus Quest halt, äh, ein paar richtig, vielleicht so ein paar coole Titel kommen, die dann auch auf PC geportet werden, weil, also, ich muss schon sagen, ich hab Quest einfach nur geholt, weil halt viele Leute gesagt haben, ja, äh, ich hätte keinen Quest-Support vom Spiel, äh, ich meinte, ja, cool, warum nicht, kann man ja mal gucken, und, also, ich bin echt begeistert von der Brille, klar, die hat natürlich jetzt gar nicht die Leistung, aber, dass du die einfach aufsetzt und fertig, du musst nichts einstellen, das wird, glaub ich, sauviele Leute davon einfach, überzeugen, da reinzugehen, weil, ich muss schon, also, es ist halt schon eine Sache, wenn du halt jetzt einen Index aufbaust, dass du halt dann erstmal Waystations setzen musst, dann alles einstellen musst, am PC alles, oder halt, für einen halben Preis ohne PC eine Quest kaufst, die du einfach auf den Kopf setzt und fertig bist, äh, macht, glaub ich, schon einen dicken Unterschied. Definitiv für, also, man darf ja nicht immer von uns ausgehen, die jetzt sich den ganzen Tag mit so Zeug beschäftigen, ja, genau, ja, auf jeden Fall. Meine Index, die kam auch an, und ich hab erstmal eine halbe Stunde lang Probleme gehabt, weil der PC sie nicht erkannt hat, weil das Kabel oben nicht richtig drin war, und ich hab das dreimal neu reingesetzt, es hat immer noch nicht funktioniert, und dann hab ich es schief reingesetzt, und dann hat's geklappt. Ich weiß nicht, warum. Auf die Technik, ja. Ja, also, ich hab ja die ganzen Horror-Stories gelesen von der Index, hab's mir gedacht, oh, nee, äh, ich hoffe mal nicht, dass ich Probleme bekomme. Ich kann da, Gott sei Dank, also, ich hab hier, mein Vater und ich, wir entwickeln ja zusammen an der Software, wir haben jeweils eine, und da war Gott sei Dank gar nichts, also wirklich, ähm, die HTC abgesteckt, Index drangesteckt, und es ging sofort, also da, Halleluja, das ist das, ich kenne aber die ganze Software. Wie lange habt ihr die schon? Ähm, ich hab meine seit November, und mein Vater hat seine jetzt seit Februar, wir waren so, seine hab ich bestellt, ähm, da war, wo HTC, äh, HTC, äh, wo Valve nochmal gesagt hat, wir hauen jetzt nochmal ein paar, ähm, Valve-Index-Brillen raus, allerdings nicht so viele wie gedacht, aufgrund von der Corona-Sache, und dann war, das Ding war ja, glaube ich, in sieben oder acht Sekunden, zumindest bei mir hier, ich hab hier die ganze Zeit F5 gehämmert, äh, auf, auf, auf der Tastatur, das war, glaube ich, wirklich in zehn Sekunden ausverkauftes Ding oder so, ich hab halt zwei Bildschirme gehabt, auf jeden, jeweils einen Tab so, ne, mit unterschiedlichen Accounts, weil es beim einen irgendwie nicht geht oder so, ne, und, äh, wie gesagt, also da, äh, war beim einen Account nach zehn Sekunden, ja, Lieferung in sechs Wochen. Ich so, alles klar, da hab ich nochmal aber, stelle Finger gehabt, und Glück gehabt, dass wir da noch eine gekriegt haben, auf jeden Fall. Aber das ist vom Gesamtpaket her, also wenn man sich im hochpreisigen Bereich da bewegt, bei VR-Brillen, da, meiner Meinung nach, wirklich das beste Headset, also das ist, er ist wirklich verrückt, das ist so gut, wie, wie, wie das Ding funktioniert. Da kann auch von mir aus erst wieder in zwei Jahren was Neues kommen, so weißt du, auf, ähm, genau, was sagt, alles klar, jetzt ist Eye-Tracking dabei oder sowas, das wär dann natürlich auch super. Alright, gut, dann haben wir uns jetzt erstmal über Virtual Reality ausgiebig ausgetauscht. Philipp, hast du noch irgendwas in dem Themenbereich? Nein, tatsächlich nicht mehr. Also Fragen hast du, ob du mich alles gestellt, was mir auch auf der Seele gebrannt hat. Du hättest auch reinkrätschen können, Philipp, gerne. kennst mich doch. Ne, aber war fast alles dabei und ich fand's aber sau interessant und es ist auch gerade als Informatikstudent immer ganz cool zu sehen, wenn andere Informatikstudenten mit sowas ein bisschen Erfolg haben und da coole eigene Sachen ausprobieren und das auch funktioniert. Es gibt einem dann immer so ein bisschen den Ansporn, mal wieder die eigenen Projekte auszupacken, die irgendwo auf der Festplatte verstauben. Oh je, davon gibt's so viele. Ja. Und deswegen, das hat, also allein das Zuhören hat schon so viel Spaß gemacht. Das war echt cool heute. Alright, dann würde ich sagen, haken wir den Themenbereich ab und kommen zur Unreal Engine 5. Philipp, du hast das Video gesehen. Wie fandest du das? Ich fand's erst mal interessant und dachte mir so, okay, gut, das sieht ganz nett aus. Ich meine, ich kenne auch schon Ähnliches, so von der Optik her, dachte mir so, okay, gut, und dann hieß es, läuft auf ne Playstation 5. Das ist mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen. Ich hab jetzt leider keine Ahnung, was ne Playstation 5 so für Komponenten hat, aber es ist ja im Allgemeinen so, dass die ganzen Konsolen nicht ganz an die ganzen High-End-PCs ranreichen, schon allein wegen Platz- und Hitzeentwicklung. und jetzt mal davon abgesehen, dass ich nicht weiß, was da drin sein wird, soll, wie auch immer, sah das schon extrem geil aus, als er dann erklärt hat, also was mich zum Beispiel total geflasht hat, war der Aspekt mit den Sounds, wie die generiert worden sind und sieht schon ziemlich fancy aus. Die Sounds, ich hab die auch hier, als ich es mir angeguckt hab auf YouTube, ich hab ja hier ein 5.1-Boxen-System und das klang auch schon ziemlich geil, also gerade als er dann gemeint hat, dass die Sounds zum Teil eben aus Aufnahmen simuliert wurden, fand ich mega geil. Weil, also allein diese Tatsache, dass sie dann hingehen und sie nehmen irgendwo was auf, simulieren dann die, zum Beispiel Höhleneffekte waren es ja in dem Fall, simulieren sie anhand von Testaufnahmen und das, was dann bei rauskommt, das klang schon mal mega, mega, mega geil. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Also mich hat am meisten getriggert, wo ich das gesehen hab, also klar, erst mal so mit dem Licht, was da halt so möglich ist von der Engine her, mit dem Light Baking sozusagen da, weißt du, da erst mal, das ist eigentlich so die erste Szene, die du erst mal siehst, da denkst du dir, wow. So, und die nächste Sache, wo ich echt, da bin ich wirklich richtig abgebrochen, das war die Stelle, wo sie in diesem dunklen Raum ist und dann diese Statue da vor sich sieht, so, die so richtig krass detailliert ist und er sagt, ja, das sind, wie viel waren es, ich glaub, 43 Polygone oder so ein Zeug. also unfassbar, ein unfassbar krasses Objekt, so, ne, wo man einfach sagt, ja, das haben wir direkt aus ZBrush, das ist so ein 3D-Bearbeitungstool, ähm, haben wir das hier direkt reinportiert, ohne dass wir, äh, an dem Mesh was großartig verändern müssten oder eine Normal Map draufgelegt haben. Jetzt wird's ein bisschen sehr fachchinesisch, äh, Eric, bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage, eine Normal Map erzeugt im Prinzip bei Game-Objekten den Effekt, dass es, ja, räumlicher aussieht, also man sieht dann zum Beispiel Kanten und so weiter und so fort, obwohl es eigentlich nur eine Textur ist, so, ne, das macht eigentlich eine Normal Map. die, ja, die Lichtnormale ist dann einfach als Textur oben draufgelegt, dass das Licht halt dann anders reflektiert wird, je nachdem, Und das erzeugt im Prinzip diesen Schummeleffekt, dass man das eben als, als Kante oder als, als Loch oder sowas halt wahrnimmt dann, genau, also das Objekt, wir, hat eine gewisse Tiefe dadurch, durch diese Normal Map, genau, ähm, ansonsten, äh, wo dir dann einfach gesagt hat, ja, wir haben das hier aus Seabrush reingezogen und du denkst dir dir, jo, alter Falter, da geht er jetzt einfach mal so lockerflockig drum rum um das Ding, ich mein, klar, das gerendert und so weiter und so fort, aber das fand ich erst mal beeindruckend und dann geht dieser Raum da auf und da stehen einfach 500 von diesen Statuen da drin und ich dachte, ja, alles klar so, ne, ich so, was, wo soll das hier hinführen, ne, aber das fand ich halt, äh, rein von der, von der Umsetzung her, was halt so eine Game Engine in Zukunft leisten wird, ich mein, wir hatten das jetzt hier in der kurzen Vorbesprechung, die wir hatten, als Erik ja kurz anklingen lassen, das würde mich jetzt auch super interessieren, wenn du das weiter ausführst, klar, ist das erst mal super beeindruckend, aber es ist jetzt natürlich nicht das Nonplusultra, wo man sagt, okay, das kann nur die Annual Engine leisten oder so, sondern, äh, das sind jetzt natürlich die anderen Game Engines, ob das jetzt ein Unity ist oder so, so ein bisschen im Zugzwang und, äh, um das in ähnlicher Qualität auch liefern zu können, ich find's, nichtsdestotrotz, unterm Strich erst mal ein Riesensprung, der da auf jeden Fall, äh, jetzt von der Annual Engine 4 auf die 5er Edition da stattfindet, was du einfach mit einer, mit einer Game Engine mittlerweile einfach alles machen kannst und in welcher Detailschärfe und wie du ja auch gesagt hast, Philipp, auf Niveau von der, von der Konsole, so, ne, und das ist, das ist halt, glaub ich, so, wo man sagt, yo, da wird was kommen, was, was spieltechnisch angeht. Ja, also, glaub, was halt Anvil in dem Ding, der halt ziemlich geil macht, ist, diese, also, im Endeffekt, was sie ja haben, ist, du tust einfach alles rein und dann haben sie irgendwie eine automatische Level of Detail-Erstellung oder sowas, mit dem sie irgendwie dann anscheinend intelligent verschieden, runterkomprimierte Models zeigen, weil sie können ja nicht 500 Mal diese 30 Millionen Polygon-Statue irgendwie da hinsetzen, sondern die müssen ja, sie haben ja dann höchstwahrscheinlich irgendwie ein automatisches Level of Detail-Generation, die das irgendwie auf die Reihe kriegt. Genau, also, irgendwelche Lots und ich denke, das ist halt saucool für, halt wirklich, wenn du was entwickelst, machst ein Model, ziehst es rein und musst dich halt nicht um die ganzen Lot-Einstellungen da kümmern. Ich denke, das beschleunigt einfach deinen Entwicklungsprozess ziemlich krass. Ich glaube, das finde ich halt ziemlich cool. Ich weiß halt nicht genau, wie das gerade in Unreal Engine geregelt ist. Ich habe die halt persönlich noch nie benutzt, deswegen weiß ich nicht, wie man zurzeit da mit Lots umgeht. Ich denke mal, es ist so ähnlich wie mit anderen. Man hat halt mehrere Models und switcht zwischen denen oder blendet zwischen denen, je nachdem, wie weit du weg bist. Ich denke mal, irgendwie sowas werden die da wohl haben und wenn das halt einfach so out of the box funktioniert, ohne dass du was machen musst, ist es halt schon ziemlich geil, weil du einfach sau viel Zeit sparst. Und ich denke, wenn das andere Engines nicht haben, ist das halt schon ein krasser Vorteil gegenüber Unity, Godot, was es da nicht alles gibt. Ich denke halt auch, dass sie im Bereich, da hatte ich jetzt auch einen Artikel drüber gelesen, dass es halt für VR super interessant wird, weil es halt einfach, also die Engine an sich war ja so dieser unfassbar krasse Fotorealismus, der ja da so geglänzt hat. Das musst du ja einfach dazu sagen. Und ich glaube halt, wie gesagt, das wird halt für irgendwelche VR-Entwicklungen, die jetzt, klar, Gaming auch, aber Gaming ist natürlich nicht nur fotorealistisch, soll es auch bitte nicht nur sein, aber wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, irgendwelche Business-Anwendungen halt hast, wie beispielsweise Industriesimulation oder sowas, wo es wirklich darauf ankommt, dass das möglichst echt aussieht auch, da glaube ich, gibt das einen ordentlichen Schub. Ja, das auf jeden Fall. Also, ja, für so Sachen macht das natürlich auch echt gut Sinn. Ich denke auch allgemein irgendwelche Architektenbüros oder so, die haben schon auch einen Vorteil dadurch, wenn sie halt irgendwie ihre richtig hoch detaillierten Modelle einfach in die Wohnung reinhauen können und dann können sie es ihren Kunden direkt zeigen, ohne dass da wirklich Arbeit reinkommt und es läuft auch flüssig. Also, was sie da machen ist halt schon, es ist schon verrückt, also es ist schon krass, was sie machen. Aber ich meine, Tech-Demo-Videos sahen immer viel besser aus als, also ich meine, Unity hat ja auch damals und auch Unreal, ich meine, jedes Mal, wenn eine neue Engine vorgestellt wird oder eine neue Version, haben die da eine richtig krasse Demo und es sieht auch immer verrückt gut aus. die Sache ist halt, bis man sowas halt dann auch mal sieht, gehen ja auch mal sehr viele Jahre vorbei, weil ich meine, wenn jetzt Unreal Engine, ich glaube 5 soll ja dann jetzt 2021 auch erst kommen, wenn sie dann raus ist, würde es ja, denke ich mal, wenig Studios geben, die ihre Spiele dann auch noch von 4 auf 5 portieren, das heißt, man kann damit rechnen, wenn richtig große AAA-Games kommen, irgendwie in 3, 4, 5 Jahren. 2025 nicht eher. Aber es ist halt cool zu sehen, was halt dann passieren wird und das ist halt schon interessant, was so abgeht. Ich kann halt jetzt auch nicht so genau so viel dazu sagen, weil ich bin jetzt auch nicht so im Engine Traffic und was drin. Ich auch nicht, ich fand es einfach nur super beeindruckend, was da gezeigt worden ist. Wo ich dann einfach sage, mein lieber Mann, wenn man so selber im Entwicklungsprozess ein bisschen drin ist und dann das einfach so reinzuziehen ist, wie gesagt, das mit der Statue, da war ich einfach völlig fertig oder dass auch was Philipp gesagt hat mit den Sounds, die sie da halt mit reingebracht haben, das hat schon echt und dass sie halt kein Licht mehr baken müssen anscheinend, sondern alles Realtime funktioniert. Ja, ja, genau und das hat mich halt wirklich geflasht. Überleg mal so eine Scene, wenn man dem halt mal das Licht da reinbake, das dauert ja auch Stunden. Da braucht man ja auch am besten noch Rechencluster, die das dann machen. Wenn jetzt einfach alles Realtime machen, also man spart sich halt einfach so viel Aufwand von so kleinen Sachen, die halt alle irgendwie sich halt addieren zu extrem viel Entwicklungszeit, die man einfach spart, wenn das einfach so funktioniert. Ich bin halt mal gespannt, wie gut es funktioniert, ob es dann wirklich auch so gut ist, wie Lichtwasser dann noch bakest oder so oder nicht oder keine Ahnung. Ja, meistens gibt es ja dann auch irgendwelche Leute, das merke ich ja jetzt bei der Unity Engine auch immer, du hast irgendein Problem, wo du sagst, das löst jetzt die Engine an sich vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dann gibt es halt in irgendeinem Asset Store sofort Leute, die sich da ransetzen und das optimieren. Und dann, ja, das ist, also ich finde das, wenn du bei Unity im Asset Store da rumsuchst, allein dieses, das kennst du bestimmt, das Gaia Asset, was hier zur, zur Terrain-Gestaltung da ist und du einfach so ein, also ein echt gutes Terrain innerhalb von fünf Minuten gestalten kannst, wo du einfach sagst, ey, da hätte ich mit dem normalen Unity-Werkzeug ewig gebraucht, bis ich das so hätte. Ja. Und das, also das ist unfassbar krass, was da halt dann noch an Plugins und sowas dann halt noch dazukommt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja dann auch nochmal on top. Von daher, ja, ich finde es auf jeden Fall eine super spannende Sache und wie gesagt, also die nächste Konsolengeneration wird glaube ich auch ein recht fettes Ding. Ich bin sehr gespannt auf die PlayStation 5, wenn sie rauskommt dieses Jahr noch. Ich drücke dann wie bei der Index sofort auf den F5-Button und bestelle mir das Ding. Und ja, bin aber auch super gespannt, wie sie da das, wie gesagt, mit VR dann noch weitermachen. Also sowohl bei Sony als auch dann jetzt die ganzen anderen Engines, wie sie da nachziehen werden. Weil Unreal ja jetzt erstmal den ersten Schritt gemacht hat mit der nächsten Generation und ich denke, wie gesagt, Unity wird da irgendwann in absehbarer Zeit auch nochmal was raushauen und dann sagen, ja, wir können es aber noch besser in der und der Richtung. Mal gespannt. Jetzt vielleicht nochmal, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, Erik, wie, wie viel denn bei dir die Wahl auf Unity? War das dann einfach, hat es sich so ergeben oder hast du dir erstmal beide angeguckt und gesagt, ja, nee, Unity finde ich besser. Das, erzähl mal. Ähm, also es hat eigentlich den Grund, weil, also ich glaube, es war 2014, da habe ich halt auch so ein bisschen rumgespielt mit Zeug und da haben wir halt, das war dann am Ende zu dritt, nee, ich glaube, es war noch zu zweit, haben wir halt ein Mobile-Game gemacht und da haben wir noch, äh, halt wirklich eine eigene, deine, was heißt Engine geschrieben, aber wir haben halt wirklich da keine Engine benutzt und haben alles halt selbst gemacht, äh, war halt sehr effizient, aber halt auch sehr ineffizient in halt Sachen, wo wir keine Ahnung hatten, wie es ging. Äh, dann haben wir halt gesagt für das nächste Spiel, okay, wir müssen eine Engine benutzen und dann erstmal geguckt, ja, was ist denn überhaupt jetzt mal eine Engine und dann erstmal geguckt und dann, weil es halt ein 2D-Game ist, haben wir gemeint, okay, Unity, weil Unreal anscheinend, äh, 2D-Games nicht so gut unterstützt wie Unity und Unity anscheinend dafür ganz okay ist und ich glaube, da ist so die Wahl auf Unity gefallen und dann haben wir halt da, ich glaube, zwei Jahre fast oder anderthalb halt so in unserer Freizeit halt an dem Spiel da dran gearbeitet und dann hier habe ich das halt solo-mäßig gemacht und anstatt, dass ich dann mir gedacht habe, äh, ja, benutze jetzt Unreal, habe ich einfach gesagt, ich benutze die Engine, die ich kenne, ich werde sie sowieso nicht ausreizen, äh, anstatt, dass ich das neue Engine zu lernen, ich komme mit Unity gut zurecht, äh, benutze ich die Engine einfach, ja, ich habe halt auch sau oft halt zwischendurch einfach so aus Spaß einfach mal irgendwie halt mit Unity rumgespielt und irgendwelche kleinen Sachen gemacht, ist halt nie was wirklich daraus geworden, war mehr so mal eine Woche oder so irgendwas rumgeprobiert, rumgespielt und dann einfach wieder verworfen und da lohnt es sich dann auch einfach nicht, glaube ich, die Engine zu wechseln, äh, das war halt eigentlich so die Intuition hinter der Engine, weil, also eigentlich, ich habe nicht wirklich irgendwie mich wirklich groß informiert, was besser ist, ich gehe einfach davon aus, bei den Engines, du kannst sie nicht ausreizen, wenn du, ich meine, bevor du, bevor die Engine auf Limitationen stößt, kommst du mit deinem Können ans Limit oder du implementierst irgendwas, was einfach nicht optimiert ist, das ist egal, welche Engine du benutzt, das ist so meine, das ist auf jeden Fall recht, meine Ansicht dahinter. Das, das Ding ist natürlich auch, ähm, das ist zumindest mir so aufgefallen, wo, ähnlichen Weg wie du, so gesagt, okay, alles klar, was, was will man machen und, äh, wir haben damals gesagt, okay, wir nehmen jetzt Unity anstatt Unreal, weil, ja, einfach, meiner Meinung nach, die Community-Beiträge, ähm, das heißt, wenn du selber ein Problem hast, ich hatte null Ahnung vor zwei Jahren von, äh, Game-Programmierung oder sonst was, also von daher, äh, hab ich da einfach gesagt, ich so, ja, aber es muss einem doch irgendwie mal was erklärt werden und so weiter und so fort und bei Unity bin ich einfach auch bei den Tutorial-Videos, die ich mir vorher angeguckt hab und so weiter und so fort, viel eher durchgestiegen, als, als bei, als das bei Unreal der Fall war und, ähm, ja, von daher war das dann, ich sag jetzt mal so ein bisschen der, der praktische Grund zu sagen, alles klar, die Community hinter Unity ist wohl, zumindest für den Eindruck, den ich damals hatte, das kann natürlich mittlerweile total anders sein, ich bewege mich aber auch zugegebenermaßen mittlerweile logischerweise nur noch in der Unity-Community, ähm, dass die einfach bessere Tutorials bietet, einen besseren Einstieg, äh, bietet und man daher, ja, wenn man dann einmal drin ist, sagt man, ja, warum soll ich jetzt umsteigen, wenn doch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Genau, von daher, ne, Unity ist eigentlich echt eine, ich, bisher finde ich es echt eine gute Engine, muss ich sagen, ich hab jetzt natürlich hier und da mal, wo man sagt, ja, okay, ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber, ja, es gibt immer so ein paar Sachen, die einen stören, aber meistens, ich weiß halt gar nicht, ist es wirklich besser in der anderen Engine? Keine Ahnung, ich hab nicht die Zeit, es rauszufinden, deswegen arbeitet man halt so ein bisschen um das Zeug drum rum, äh, ja, aber ich bin auch, ich komm gut mit zurecht, ähm, ist halt ganz witzig, ich hab schon Leute gefragt, was für eine Engine ist denn das? Ich so, ja, Unity, oh nee, warum nicht mit Unreal? Ich so, Leute, das ist doch nicht wichtig. Ja, die kennen dann halt nur, ich sag immer, die Endprodukte, so, ne, das ist halt auch immer so, so, ja, Unity hat halt wirklich einen schlechten Ruf, teilweise. Ja, meinst du aber gerechtfertigt? Also, ich kenn super viele Spiele, wo ich einfach sag, das ist doch geil. Ja, natürlich, aber ich glaub, viele Leute haben halt eher Unity als so Shovelware Engine im, im Gesicht. Ich mein, es gibt, es gibt so viele coole Games wie City Skylines und sowas, äh, und ich glaub, was ist noch drin, Hollow Knight ist in Unity gemacht, es gibt so viele gute Games. Die Sache ist, bei den Games merkst du nicht, dass sie mit Unity gemacht sind, sondern nur bei den Games, die sich nicht die Pro-Lizenz holen und halt meistens oder halt allgemein halt schlecht gemacht sind, die haben halt dann immer dieses Made with Unity davor. Das heißt, Unity wird halt damit assoziiert, dass es ranzige Games macht und halt die guten Games tut es halt gar nicht, ich weiß, dass sie mit Unity gemacht worden sind. Da haben natürlich die Pro-Lizenz und da kommt's nicht raus. Genau. Das ist halt, das ist halt wirklich so ein Image-Problem, was Unity, glaub ich, so ein bisschen hat. Weil bei vielen Games wusste ich gar nicht, dass sie mit Unity gemacht sind. Ich hab das halt irgendwann mal rausgefunden. Ja, also, krass. Ja, genau, so ging's mir auch. Also, wie gesagt, du machst dann da irgendwelche Spiele auf und dann sagst du, ja, basierende Engine, Unity. Ich sag, wow, krass. Ja, genau. Man traut es ja Engine selbst nicht zu. Nee, aber ich, also, wie gesagt, für die Zwecke, für die wir sie verwenden, passt das schon alles ganz gut, auf jeden Fall. Gut, wir haben es jetzt halb neun, wir haben fast hier anderthalb Stunden Marke hier geknackt. Das ist so die grobe Richtung, wo wir uns hier immer bei dem Podcast orientieren wollen. Ich würde zum Off-Topic-Bereich übergehen oder brennt jemanden von euch beiden noch was ganz dringend unter den Nägeln? Von meiner Seite aus nicht. Gut, ich wollte gerade sagen, das fasse ich als Nein auf, die Pause. Alright, gut, dann endet hier der offizielle Part des Podcastes und wir gehen zum Off-Topic-Bereich über. Wir hatten uns das letzte Mal ausgiebig über Herr der Ringe unterhalten, Philipp. Es gab tatsächlich den Mikey-Doc, der das auch bis zum Ende gehört hat und Hashtag Mittelerde unter dem Podcast geschrieben hat. Ja, also richtig rumgenerdet. Ich habe im Off-Topic-Bereich diesmal gar nicht so krass viel zu erzählen. Ich habe jetzt die Serie Startup angefangen auf Amazon Prime, glaube ich. Ja, auf Amazon Prime. Und die ist mit Martin Freeman. Ja doch, Martin Freeman heißt der, der Schauspieler von Bilbo aus Der Hobbit. Das ist Martin Freeman, ja. Ja, habe jetzt so anderthalb Folgen geguckt. Bei der zweiten Folge bin ich eingeschlafen. Es war spät und ich war kaputt. Von daher, es liegt nicht daran, dass die Serie schlecht ist. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist bis jetzt ein ganz cooler Ansatz. Man merkt so irgendwie, okay, ein paar Charaktere von hier und da treffen irgendwie durch kriminelle Eigenschaften oder irgendwelche Verstrickungen zueinander. Und dann ist halt so eine Hackerin, Programmiererin dabei, die so eine Kryptowährung entwickelt und das will sie eigentlich an den Markt bringen und das kann sie dann machen, basiert aber alles so auf so einem kriminellen Fundament, wo sie unweigerlich ein bisschen reinschlittert. Erstmal ganz interessant und ja, werde ich weitergucken im Gegensatz zu, da muss ich mich mittlerweile irgendwie echt zu zwingen, Haus des Geldes. Habt ihr die gesehen? Nee. Nee, hab ich nicht. Okay, dann scheint's auch nicht so gut zu sein. Nee, also jeder, jeder redet irgendwie immer und sagt, oh, Haus des Geldes, musst du gesehen, meine Freundin, die fährt auch so krass auf diese Serie ab. Ich bin jetzt immer noch bei Folge 6, wie vor drei Wochen auch und, ähm, weiß nicht, ich kann der Serie, ich guck es dann und ich find einen Charakter recht spannend, das ist der Professor, der diese ganze Operation da leitet, aber dem Rest kann ich nichts abgewählt, wo ich einfach sag, ich so, nein, du handelst komplett irrational, Junge, lass es sein, geh weg. Aber, ja, muss ich mal gucken, ob da, ob da irgendwie nochmal die Muse zu kommt. Ich hab meiner Freundin versprochen, ich guck die ersten zwei Staffeln, ja, vielleicht quäle ich mich jetzt hier mal den Feiertag morgen und dann das Wochenende mal ein bisschen durch. Mal gucken, vielleicht wird's ja auch noch spannend, keine Ahnung. Aber die ersten zwei Staffeln sollen halt richtig gut sein, von daher merke ich bis jetzt noch nicht so viel davon. Was habt ihr geguckt, gemacht, gelesen, gezockt, was auch immer? Ich habe Zauber Opposites angefangen. Das ist eine neue Serie von hier, von Dan Harmon, äh, nee, Justin Rowland, glaube ich, von Rick and Morty, vom Macher und noch irgendwem. Ich weiß es gar nicht, hab ich aber erst eine Folge geguckt. Es fühlt sich an, wie Rick and Morty mit einem All-Universum. Das ist echt witzig. Also, ich finde die erste Folge ganz gut. War mal gute Brüller-Witze dabei gewesen. Weiß nicht, ob's wirklich an den Qualität von Rick and Morty dran kommt, aber, äh, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist wirklich gefühlt Rick and Morty nochmal in Alternativ. Mega witzig, also ich hab's auch gar nicht mitbekommen, äh, aber hat dann... Ich auch nicht, du erzählst, ich höre das hier gerade zum ersten Mal, wo du davon erzählst. Ja, da hat ein Kumpel von erzählt und dann haben wir da geguckt und dann so gesehen, oh, äh, was ist ja eigentlich ganz interessant. Auch wirklich, der Artstyle ist genau der gleiche. Die stimmen halt auch von Justin Royland, das heißt, die hören sich auch fast genauso an. Das ist, äh, echt witzig. Ähm, ja, das war eigentlich so das Einzige, was ich jetzt so geschaut hab. bei Rick and Morty muss ich tatsächlich erst ein bisschen warm werden damit und danach, ich hab das, glaub ich, so ab der vierten Folge oder so, weil es halt echt erst mal so ein bisschen dir richtig ins Gesicht reindrückt hier. Das ist unser Humor, so nach dem Motto, also so richtig komplett gnadenlos. Kann ich verstehen, dass man damit erst mal warm werden muss. Ich hab auch so ein bisschen gebraucht und ab der, ich glaub, vierten Folge oder so, ich hab, ich glaub, alles am Stück geguckt. Ich fand das dann so großartig, wo sich das dann entwickelt hat. Das war richtig fett. Ich weiß, was du meinst. Ist, glaub ich, auch so ein bisschen wie mit Family Guy, so, ne? Da musst du halt erst mal ein paar Folgen gucken, damit er damit war. Ich find halt Family Guy, ich liebe diesen Humor, der da einfach drin ist und kenn aber auch viele Leute, die damit überhaupt gar nichts anfangen können und, äh, ja, aber wie gesagt, ist, glaub ich, bei Rick and Morty so, das ist es halt, ist es halt auch so ähnlich. Ist es auf Netflix oder wo hast du das geguckt? Ähm, 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 ich glaub, boah, das Toll Opposites war auf Hulu, glaub ich. Ganz seltsam. Ja, ich glaub, auf Hulu ist das. Ja, ich hab's grad auf Google auf dem Hulu. Genau, da ist Toll Opposites. Ja, weil du's eben gesagt hast, William, tatsächlich, äh, ich glaube, weil ich hab mich, ich hab ganz lange auch überhaupt nichts mit Family Guy anfangen können, bis ich dann irgendwann einfach mal so aus Langeweile mir mehrere Folgen am Stück angeguckt hab und dann hinter den Humor gekommen bin. Und ich glaub, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich auch mit Rick and Morty nichts anfangen können. Das hat's, ich glaub, dazu eins zum anderen geführt. Das ist noch mal so ne, ich find tatsächlich Rick and Morty noch mal ne, ne Ecke schärfer als Family Guy in, in einigen Bezügen. Es ist halt auch so, ja, durch diese Paralleluniversen und so was, was dann halt so dazukommt und in einigen Folgen auch richtig gute Musik dabei ist, muss ich wirklich sagen. und wie gesagt, wie gesagt, das ist halt so, Family Guy ist halt immer noch so ein bisschen plumper, kann man das so sagen, als, ja, es ist schwierig so, ne, vom Family Guy gibt's natürlich wesentlich mehr Folgen und auch Folgen, wo du sagst, Alter, da ist so eine richtig krasse Botschaft auch hinten dran, aber gibt natürlich auch totale, ja, ich sag jetzt mal so Bullshit-Folgen, wo du einfach sagst, ja, die guckst du einfach weg, so, ne. Ja, ich find Family Guy insgesamt einfach so ein bisschen langsamer, weißt du, bei Rick und Morty siehst du nicht, Rick oder Morty, der eine Minute lang auf dem Boden kniet und sich das Knie hält, nachdem er hingefallen ist, ist halt noch ein bisschen anderer Humor, aber ich find beides geil. Ansonsten, ich weiß gar nicht, hatte ich in der letzten Podcast-Ausgabe von, ähm, äh, jetzt komm ich natürlich, von Upload erzählt, von der Serie auf Amazon, Prime. Meine, ja. Ich meine auch, ja, ne. Hast du die gesehen, Eric? War hier mit denen? Nee, hab schon gar nichts von gehört. Guck sie dir an, da geht's um Virtual Reality und, ähm, man lebt im Prinzip, wenn man stirbt oder man kann sich auch vor seinem Tod in eine virtuelle Welt hochladen lassen und lebt dort weiter. So, und dann, man kann... so ein bisschen Black Mirror-mäßig. Ja, aber, äh, nicht ganz so dystopisch, möchte ich hinzufügen. Also, es ist schon in, in einigen Folgen schon kritisch, aber, äh, 5 Sterne. ist nicht, ist nicht, äh, so düster, wie, wie das in Black Mirror ist. Es ist am Anfang ein bisschen sehr lächerlich, möchte ich sagen. Also, es ist schon viel Humor drin auch. Erste Folge vielleicht so ein bisschen drüber wegsehen, wo du sagst, ja, okay, es ist jetzt hier ein bisschen sehr, sehr aufgezogen, aber, ich fand's später, ich hab die Serie am Stück weggeguckt, weil da geht eine Folge, glaube ich, nur 20, 30 Minuten oder so. Genau, die hatten wir recht hier durch und, äh, fand das dann eigentlich von Folge zu Folge immer besser und, ja, auf jeden Fall mal reingucken, wenn man sich für Virtual Reality interessiert. Da sind super viele Ideen drin, wie in der Zukunft gewisse Sachen einfach ablaufen könnten. Ja, aber, hier und da, zum Beispiel das Telefonieren, wo ich einfach sage, nein, das wird nicht so ablaufen, das, äh, da muss man den Arm nach oben halten, das wird einfach, wer mal drei Minuten am Stück den Arm oben gehalten hat und eine gewisse Bewegung hält, weiß, dass irgendwann der Arm mal abstirbt. Genau, ja, von daher, äh, da sind halt so ein paar Sachen drin, wie, ja, nicht ganz so, wo ich sage, hm, vielleicht nochmal zwei, drei Ecken weiterdenken, aber, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Kann ich, kann ich Ihnen sagen. Alles klar. Ansonsten, ja, ich hab im Herr der Ringe weitergelesen, Philipp, ich bin jetzt, äh, sie sind jetzt bei Saruman am Turm. Von daher, kurz, dann kommt ja doch das ganze Zeug von Frodo, ich war ja dann erstmal total überrascht, ich hab das ja schon wirklich ewig nicht gelesen, Herr der Ringe, ich glaub, das letzte Mal 12 oder 13, ähm, und ich hatte es dann die ganze Zeit, die, die Handlungsabfolge, so wie in den Filmen im Kopf, es ist ja aber im Buch nicht so, so, ne, im Buch wird erst alles von Aragorn, Legolas und Gimli erzählt, bis Helms Klamm, und dann wird alles von Frodo erzählt, so, und wie gesagt, im Film hast du ja immer so Kapitel für Kapitel, so, ne, diese Abwechslung, dass du immer mal von, äh, Charakter zu Charakter springst, aber, genau, also ich bin jetzt bei der Hälfte von die zwei Türme. Mhm. Ja, ich bin jetzt, äh, im dritten Teil ein bisschen stecken geblieben, weil sich mir ein anderes, eine andere Buchreihe tatsächlich dazwischen geschoben hat. Äh, schließ mal Fix Game of Thrones zwischendrin, ja. Ne, äh, das hieß ursprünglich Dämonentrilogie, ist dann aber irgendwie zu einer ganzen Reihe ausgeartet, und dann haben sie es auch dementsprechend umbenannt, und ich dachte erst so, okay, gut, das kannst du mal so zwischendrin, weil ich lese den Herr der Ringe auf Englisch und dann einfach mal so ein bisschen runterkommen und nicht noch äh, Englisch lesen müssen und so, und dann kommt, klingt jetzt nicht so aufregend oder so. Ja, und plötzlich war es, wie viel waren es, ich glaube, sieben Bände später und mein Leben hatte keinen Sinn mehr, weil es keinen weiteren Band mehr gab und das hat mich dann ein bisschen vom Herrn der Ringe abgelehnt, deswegen bin ich dann noch nicht weitergekommen. Aber es ist auch eine sehr, sehr coole Buchreihe, falls du mal, äh, was zu lesen suchst. Wie heißt das? Gucke ich gleich mal. Ähm, ich hieß ursprünglich Dämonentrilogie, ich muss jetzt mal grad gucken, ich glaube, jetzt heißt, äh, Dämonenzyklus heißt das jetzt. Also es ist Fantasy, aber ist mal ein cooles neues Konzept, weil es eben darum geht, äh, dass jede Nacht, also Dämonen können Sonnenlicht nicht ausstehen, das ist so wie in anderen Geschichten mit Vampiren und, äh, deswegen kommen die nur nachts aus dem Boden raus, die kommt erst so Nebel aus dem Boden und dann verfestigen sich daraus die Dämonen und, äh, die Menschen können halt gar nichts dagegen tun, als ihre Häuser mit so magischen Siegeln zu schützen und wenn du die mal nicht richtig kontrolliert hast oder da irgendein Schlammspritzer drauf ist oder so, dann brechen die Dämonen halt durch und schlachten deine ganze Familie ab. Und so geht's halt so ein bisschen darum, wie die Menschheit immer mehr dezimiert wird und, äh, wie die Menschen alle nur in Angst vor den Dämonen leben und dann gibt's halt einen Jungen, der sagt, das können wir uns noch nicht gefallen lassen und der sucht dann nach den alten Kampfsiegeln, die verloren gegangen sind, um halt wieder was gegen die Dämonen machen zu können. Und es ist ein super rassistisches, sexistisches Buch, das aber gleichzeitig auch Rassismus und Sexismus total kritisiert und es ist super cool gemacht, weil auch ganz viele soziale Aspekte mit drin sind. Es gibt, äh, einen Wüstenvolk mit einem sehr starken Glauben, der ziemlich an, ähm, an den muslimischen Glauben erinnert, wo es dann eben auch darum geht, was die Vorteile von diesem Glauben sind, was die Nachteile davon sind und so weiter. Also war, wie gesagt, ich hab sieben Teile direkt hintereinander weggelesen und das, obwohl ich letztendlich gar keine Zeit für so was hab. Die Hochschule hat etwas darunter gelitten. Und das, obwohl ich's am Anfang aufgrund des Namen für so mehr so ein, so ein, ja, so ein Standard-Fantasy-Werk gehalten hab. Aber, war echt cool. Okay, also ich hab das jetzt hier mal gerade gegoogelt. Sieht auf jeden Fall interessant aus, aber ich hab, nach Herr der Ringe will ich erst mal die Witcher-Bände lesen. Ich hab da noch, oh Gott, ey, da kommt noch so viel auf mich zu, von daher. Kenn ich. Ja, ey, das ist, du wirst nie fertig dann so, ne, das ist, wie gesagt, am Herr der Ringe hast du ja auch schon auf Deutsch schon eine ganze Weile zu knabbern. Das ist ja jetzt auch nicht irgendwie in zwei Tagen mal schnell durchgelesen. Ja, krass. Aber, von Bewertungen her, was ich jetzt hier so sehe, scheint's auch ganz gut anzukommen. Auch was du jetzt erzählt hast, klang ganz gut auf jeden Fall. Vielleicht, ich sehe es hier gerade, es gibt es auch aus Hörbuch, vielleicht höre ich mir das einfach mal an. Das ist, das geht dann ein bisschen fixer. Wenn's von David Nathan gelesen ist, dann auf jeden Fall. Doch, bei uns haben jetzt tatsächlich die Kinos wieder aufgemacht. Ach, krass. Darfst nur noch mit 60 Leuten oder so in den Raum, halt mit Abstandsregelung und so. Naja, wird uns noch eine Weile begleiten, das Thema, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Schon verrückt. Ja, da kann man sich halt hinsetzen und VR-Sachen programmieren. Das ist halt also, das ist wirklich ohne Witz, ohne die Corona-Pandemie, das kriegt der Kickstarter niemals, hat ja nicht stattgefunden und das Spiel wäre viel später veröffentlicht worden. Ja, also ich meine, bei uns ist das ähnlich. Also wir haben jetzt halt für gewisse Sachen so viel mehr Zeit gehabt, einfach auch mal ein bisschen was zu überdenken oder sowas, bei unserer Software, die wir machen. Und wo du einfach sagst, ja und hier vielleicht und da ein bisschen mehr Mühe reinstecken, weil jetzt die Ausstellung verschoben wird und ja, können wir auch noch mal machen und Corona-Zeit, okay, keine Ahnung, wie lange das dauert, ob wir das überhaupt so machen können, wie wir uns das vorstellen. Wollen wir nicht drüber nachdenken, das auf Steam zu veröffentlichen? Ja, können wir uns auch mal ein Konzept überlegen und so weiter und das jetzt halt alles passiert in der ganzen Weile und von daher, Gott sei Dank, hat man da das Privileg, muss man wirklich sagen, sich die Zeit dann auch rausnehmen zu können und zu sagen, okay, man kommt halt in der Sache, die man macht, trotzdem weiter. Nur auf eine andere Art und Weise, aber man kommt trotzdem weiter und das muss ich wirklich sagen, ja, das ist echt ein Privileg, dass man das in der Richtung so nutzen konnte, wie man es sonst im Normalbetrieb, sage ich mal, hätte nicht machen können. Aber das auf jeden Fall. Ich würde an der Stelle die Podcastaufnahme beenden, wenn das okay ist, oder habt ihr noch was im Off-Topic-Bereich? Ne, von mir an nichts mehr. Von mir auch nicht. Alright, gut, dann danke ich an erster Stelle Erik dir dafür, dass du heute hier im Podcast dabei warst. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand's super spannend, was du alles über dein Spiel erzählt hast und für die Leute, die es sich angucken wollen, Link zu allen Sachen findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung. wenn ihr eine VR-Brille habt, die PC-tauglich ist. Auf der Oculus Quest gibt's das ja noch nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Noch nicht. Hoffentlich. Hoffentlich irgendwann mal. Am Ende dieses Wochenende, heute Abend, will ich noch ein Update raushauen. Dann kann ich Zeit reinstecken für den Quest-Port und da hängt es halt davon ab, wie viel ich optimieren muss im Game und wie wenig Leistung die Quest hat. Da muss ich ja mal ausprobieren. Ich wollte gerade fragen, dauert sowas eigentlich lang, auf eine Quest zu portieren? Ich meine, weil es ja schon auf der Rift läuft, ist das meiste schon eingestellt. Ich muss dann halt nur halt über das Android-SDK mal bilden und mal schauen, was passiert. Also das Erste, was ich machen werde, ist wirklich einfach mal Grafik runter. Nee, einfach mal wirklich alles, wie es ist, exportieren, gucken, ob es startet. Egal, wie schlecht es läuft. Und dann fängt wirklich die Optimierung an. Ich denke, ein paar Sachen muss ich wirklich runterschrauben, grafikmäßig, also kein Post-Processing und sowas, aber mal sehen. Also wenn es gut läuft, am Wochenende gibt es eine Quest-Version. Wenn nicht, dann nicht. It's done or it's done. Wir hatten es schon mal vor. Ja, genau. Erik, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, Philipp auch. Und von daher war super einfach. Also wenn dann die Vollversion draußen ist, würde es mich freuen, wenn du wieder Gast im Podcast wärst. Ja klar, warum nicht? Das würde mich wirklich freuen. Und von daher, genau, danke für deine Zeit auf jeden Fall auch. Und ja, danke natürlich auch an Philipp, der heute dabei war. Ja, von mir auch nochmal. Vielen Dank an Erik. Ich habe ja schon gesagt, es ist echt immer cool, als Entwickler zu sehen, dass es auch nicht nur die großen Game Studios sind, die sowas selbst machen können. Und macht nicht nur Spaß, sondern motiviert auch wieder so ein bisschen selbst was zu machen. Deswegen auch von mir nochmal vielen herzlichen Dank. Und ja, noch viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Gut, das war die fünfte Ausgabe des Deinen Next-Show-Podcasts. Haut rein, Leute. Wir sind überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Das bedeutet auf iTunes, Spotify, etc. pp. oder auch auf YouTube. Ihr könnt sämtliche Kanäle nutzen. Am liebsten sind uns iTunes oder YouTube zur Kommentarfunktion. Wenn ihr also Feedback habt, Kritik, Anregungen, am besten da irgendwo runterschreiben. Ja, das war's. Vielen Dank. Haut rein. Peace out. Peace out. Peace out.